Guten Abend, Internet und YouTube. Heute werden wir uns mit Waffen, Gewalt und Nudeln gegen Zombies wehren. Mit Nudel-Waffen-Gewalt? Mit Nudel-Waffen-Gewalt? Der Nudel-Junge! Nudel-Boy! Nudel-Junge und Vollkorn-Mann! Aber Vollkorn-Nudeln ist gar nicht so schlecht, hast du schon mal gegessen? Ja, ich sollte sogar essen, weil die besser sind im Fitness. Aber ich esse fast nur noch Reis, ich esse fast keine Nudeln mehr. Echt? Ich schaufel mir nur noch Reis rein, wie blöd. Den guten Ankel, oder was? Ich unterstütze die schwarze Gemeinde, indem ich Reis und Erdnussbutter zu mir nehme. Ja, 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 genau. Nudel! Nudel! Nudel ist so ein witziges Wort, oder? Nudel! Nudel! Dietl da hatte Nudel! Wer hat die längste Nudel? Er greift in dem Deutschen an die Nudel! Er greift den Deutschen an der Nudel! An der Nudel! Nicht am Bein festhalten, was machen Sie da? Drücken Sie ihn mit der Nudel auf den Boden! Was ist das für eine Nudel in Ihrem Gesicht? Dieser Schelm! Ihr Schelm? Dieser Schelm! Drücke ihn auf den Boden! Achtung, eine Nudel! Ich muss ja auch lachen! Hält er diesen Namen auch für eine neckische Schelmerei? Schelmerei! Wann kommt Zombie-Modus? Freddy macht direkt 2 Euro! Wann Zombie? Alter, guck mal, sorry, Alter, lange nicht gesehen! Gucken, da blitzt alle Menschen da, ne? Wir warten jetzt noch ganz kurz, bis sich die Leute so ein bisschen sammeln. Da wird abgeschämt! Sammeln? Die Leute sammeln sich? Ja klar! Hörst du nicht? Muschelnohm! Sie rotten sich zusammen, irgendwo da draußen! Unten am Kurva Village! Kurva wie? Kurva! Kurva wie? Kurva was? Weine Hand in Hand in Wunderland! Das ist immer noch so. Geht direkt los! Wie geil sich das bei mir immer anhört! Da ist ja keine Musik dabei! Wunderland! Dreckpulli schreibt, da schiebt mir noch einer einen Telefonmaster in den Arnis! Ohne Gleitungen zu verbetten! Wollte gar nicht länger stören! Ich hab mich nicht getraut, einen Liter Gift zu kriegen! Du wurd morgen ist in Gift getrunken! Nicht nur das, man ist auch gleichzeitig, in seinem zweiten Video hab ich erfahren, dass ich gleichzeitig damit auch die Vergewaltigung von Kühen unterstütze! Ja! Ja wirklich! Das hat er so gesagt! Ja klar, wenn der Kühe vergewaltigt! Linus! Grüße! Grüße Linus! Dankeschön! So, Link, wir los! Okay! Ich glaub, da ist ein bisschen Volk da! Wir wissen gar nicht, ob das funktioniert, weißt du? Wir machen klein, aber wir warten bis sie geht, kacken! Oh, pst! Katzi! Hitler ist noch am Leben, 1944! Kacke! Oh nein! Das ist Wolkenstein! So, das ist supposed to be the great-venny cannoli! That's right, Louis! They call him the tyrant of Thugtown! Oh ja? Never heard of that place! You kidding me, right? Who's never heard of the Thugtown-Internet back in 28? Oh, what about it? Nobody really knows what happened over there. But the story goes that the local gangsters peddled some bad hooch, turning the entire city into a bunch of crazy, cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, kid, you're not. Some of these do. In the end, the army gashed the entire town with everyone in it. The whole area has been quarantined ever since. That's freaking whack, man. So, where does our little pal here fit in? Well, there was only one guy who miraculously survived the whole massacre. Didn't have a scratch. They say he must have done some nasty stuff to get out of there alive. The government tried to make him do time. But in the end, the whole incident was swept under the rug. And therefore, all... Man at tight! Das ist dir die Bocha! Blocha zum Tons! Who was that guy? You kidding me, Louie? We're looking at him. Wow! You're joking, right? He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. He's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Good one, Louie. But no can do, my friend. The Dark Dawn wants him alive. But we can straighten him out a little bit first. You guys are freaking hilarious, you know that? Oh, yeah? How's that? Because you really stink at tying ropes. I have a weather forecast for you, Louie. It's gonna be fun. Buddy with a chance of body parts. Run! 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 Es wird blutig und Mr. Law Game hat 2 Euro rausgedrückt. Alter, aber bei mir war es leider irgendwie ein bisschen leise. Alter! Moment, ich kann mich nicht bewegen. Kannst du dich bewegen? Ich kann mich nur mit Maus und Tastatur bewegen. Okay, ich muss... Ich kann... Controller geht bei mir nicht. Egal, das sieht aus wie ein Jana Jones. Hey, wieso kann ich mich nur mit Maus und Tastatur bewegen? Bei mir geht's auch nur mit Maus und Tastatur. Egal, ich spiele das auch mit Maus und Tastatur. Alter! Da fliegen ja voll die Körperteile weg. Hey, mach da keinen Stress. Oh nein, ey, mit Maus und Tastatur weiß ich nicht, ob ich das kann. Alter, heftig. Ich hab ein Baby. Entschuldigung. Ich hab mal Kettusäck. Ich hab mal Kettusäck. Oh, Alter! Oh, Alter! Ey, guck mal. Guck mal hier. Siehst du den toten Weihnachtsmann? Ja, das ist ein toter Weihnachtsmann. Lalalala! Okay, Alter! Doppelsprung! Das ist ein Pantomime! Franzosen! Oh nein! Heftigst. Heftigst. Ist das bei dir auch so merkwürdig vom Ton das Spiel? Als ob es eigentlich gehen. Alter, ich will meine Ketten sehisch. Ich hab die verloren. Da kommt eine Spende rein. Fire Gaming HD, Hickies. Kauf Greis mal ein Halsband. Ja, mach ich. Dankeschön. Du kannst doch einfach am Mausrad drehen, ne? Ja, aber ich hab nichts. Wir sammeln hier eine neue Waffe auf. Ah, warte mal. Bevorzugt er... Ah! Guck mal, ich... Guck mal, meiner. Warte kurz. Alter, da kommen sie. Ah, hier besser. Guck mal, guck mal. Bring sie alle um. Alter, voll reingemerkt. Alter, die sitzen da beim Kacken. Zwei Typen. Du kannst doch den Mann nicht beim Kacken stören. Zwei Typen beim... Oh, zwei... Die haben nicht gekackt. Der Arme leidet an einem harten Darmverschluss. Voll geil gezeichnet irgendwie, ne? Irgendwie schon, ne? Ist schon coolo. Ah, komm, wir machen die alle. Der hat eine Knarre. Der hat eine Knarre. Alter, ich hab seine Knarre. Hilfe! Wie springt man denn eigentlich? Ah. Wie springt man? Boah. Boah, Knarre ist nice. Aber ich fand die Shotgun so derbe, hä? Ich bin im Kohlenkeller. Im Kohlen... Komm mal raus. Ich werd hier beschossen. Vorsicht. Louis. Boah. Ich hab das mal wieder ger... Alter, ist der Typ zu brei. Guck dir das mal an. Leben. Ich brauch das. Ich brauch das auch. Schieß. Ich glaub, es ging einem uns beide, oder? Boah, ich hab ihm voll den Headshot gegeben. Boah, der Headshot des Jahrhunderts. Da floppen total die Schädel. Alter, der hat den einen mitgenommen, den... Den Kopf los. Ah, der schubst. Tony, der Schubser. Ah. Ich dreh ihn. Runter mit der Rübe. Runter mit der Rübe. Runter mit der Rübe. Ist der Tony jetzt besser, Leute? Äh, äh. Alter, Alter. Da kommen sie, da kommen sie. Komm schon. Aber was haben wir mittlerweile alles? Hast du zwei Waffen? Ja. Und zwei Waffen? Was? Get fat guys? Get fat guys! Was ist hier oben noch? Ich kann auch treten. Schau mal. Ich kann auf Leichen eintreten. Alter, du kannst mich verletzen, Dude. Du kannst mich verletzen. Ah, nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Der sieht aus wie du. Mit seiner Schiebermütze hier. Du musst nachladen. Oh, nein. Oh, oh. Ich dachte schon, das wärst du. Weil der hat auch so eine Schiebermütze. Was ist das hier oben? Oh mein Gott. Wacking Ball. Miley Cyrus Move. Wacking Ball? Der Wacking Ball ist doch was anderes. Der Wacking Ball. Habe ich neulich bei Eis.de gesehen. Hast du noch nie gewacking balled? Nee, hab ich noch nicht. Ey, John McLean. Zwei Euro. Dankeschön. Ah, guck mal hier. Wie kommt man da runter? Get the Gangster Move. Achso, das ist ein Schubser. Das ist ein Schubser. Mike, der Schubser. Ja, du hast wenig Leben, ne? Ich will ja keine Angst machen, aber sieht nicht gesund aus, was du da machst. Ah, ich hab aber Cannelloni gegessen, Junge. Kann mir gar nichts machen. Der hängt, der hängt, der hängt. Gib ihm. Ich drehe ihn in der Luft. Nein, er macht einen Double Push. Kick ihn. Boah, der schubst aber fies. Ich will auch runter. Alter, ist ja eine geflogen. Alter. Ich entferne Köpfe. Aber ich entferne sie sehr chirurgisch. Chirurgisch? Oh, Gott, oh, Gott. Der schubst. Wow, 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 der schubst. Achtung, Achtung. Zwei Baseball-Dudes. Ich krieg die weg. Da war's wohl Knuppel. Kümmere dich um den da. Er hat da Honkball-Knuppel. Da Honkball-Knuppel. Ich bade in Leichen, Alter. Ich muss erst mal danke sagen. Lux Super hat gerade 100 Euro gedonatet. Was? 100 Euro, nens? 100 echte Euro, nens? Ich kann... Oh, Gott. Und dazu diese chillige Musik. Ne, das ist Hammer. Oh, ich hol mir das da. Was ist das da oben? Hat sich so eine Nudelbox geholt. Alter. Er gönnt sich einfach eine Nudelbox. Guck mal, mit Controller ist wesentlich einfacher. Spielst du mit Controller jetzt? Ja. Ich bin immer noch mit dem Maus irgendwie... Hast du eine Option einstellen müssen? Ja, ja. Einfach eine Option einstellen. Alter, er hat eine Schrotze. Woher denn? Wer hat eine Schrotze? Ja, du? Ich hab zwei Pistolen. Warum hab ich nur eine? Ach, jetzt hab ich zwei. Alter, die gehen aber nicht endlos. Da, don't let him go away. Gib ihm Ohr ins Gesicht. Alter, dem sein Head wurde geblowtet. Gehadet. Alter. Heftig, heftig. Du musst immer Kisten abschießen. Das ist immer gut. Alter Lux Trooper, ey, viel, viel Dank. Ich konnte mich jetzt noch gar nicht richtig nackt ausziehen für dich. Wow. Wann kommt Son-Son? Was ist Son-Son? Son-Son? Was ist Son-Son? Nee, was ist das? Das klingt irgendwie wie so ein Spiel für Kinder. Alter. Oh, 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 der hat mir eine Clothesline verfassen wollen. Oh, Tommy Gun. Wir haben Tommys, Alter. Da ist ein Dude mit einer Tommy. Alter, das ist lässig. Ist das Spiel nicht gerade trendy? Das ist voll gut. Das ist auch sehr gut bewertet. Und macht auch super Spaß. Ah! Vorsicht, Vorsicht! Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für den Preis richtig gut. Tata, tata, tata. Da kommen richtig viele, kommen richtig viele. Egal, einmal hab ich das Gesicht weggezogen. Guck's dir an, da. Alter, die Tommy Gun ist ultra. Da kommt irgendjemand in der Karre. Achtung! Ein Auto! Wow! What? Das müssen wir besiegen. Das Auto ist ein Gegner. Endboss, Auto! Wow! Gib ihm! Alter! Die Mafia-Freunde hier, die brennen. Peter, Mafiai! Oh, oh! Franzosen! Das sind die aus der Bar. Die haben Hocker dabei, Alter. Un, un, Clown! Un, Clown! Un, Clown! Oh, ich will nie wieder eine andere Waffe haben. Aber die Munition ist alle bald. Ich brauch auch so eine Nudelbox. Kann noch ein bisschen hier... Kann es sein, dass wir die teilen? Weil du hast jetzt auch ein bisschen Energie, oder? Anscheinend, ja. Da oben im Fenster, Alter. Ja, ein bisschen unbiss. Sonst gönnt sich einer eine Nudelbox und der andere hat nichts. Ja, so würdest du das dann immer machen. Ja, klar, natürlich. Profi-Style-Leben. Auf dem Rücken von Kreis feiere ich meine... Boah, Molotows! Die Waffen der Molotows! What da? Da oben! Schieß sie runter! Wo ist mein Waffenrad? Ich brauche meine... Meine Tommy! Hab den einen da oben, hab den einen da oben. Boah, der einen hat mich voll erwischt mit seiner... Aber richtig mies. ...mit seiner Nummer hier. Boah, die haben nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier durch die Tür komme. Achtung! Explosion! Coole Typen gucken da nicht rein. Über uns! Überall, Alter! Die Levels sind voll groß, ich jetzt... Alter, hier brennt's schon wieder! Explosionen! Aber wann kommen die Nazi-Zombies? Ich weiß nicht. Da oben, Tommys, überall. Man hat uns Nazi-Zombies versprochen. Oh! Alter! Hast du gesehen, wie das eben gerade hier zu mir rüber gefedert ist? Boah! Das hast du versteckt, irgendwie. Holy Schmeckel! Oh! Alter, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Was ist los? Warum? Das geht gar nicht gut. Okay, ich komme dir helfen. Da liegt doch so eine Schmeckelbox. Ich brauche eine Schmeckelbox! Nein, ich bin... Ich bin tot! Alter, ich wurde geschmeckelt. Von was? Warum? Ja, hier unten waren halt voll die Boys. Okay, und wo bist du jetzt? Was, was, was... Bin ich jetzt allein? Da ist er? Nee, nee, ich bin da da. 34 Lebenspunkte. Ja, unten hat er... Du hast mir 34% meiner Lebenspunkte genommen! Alter, die Seiko-Mafia, 2 Euro. Dankeschön. Wie? Ja! So macht die Seiko-Mafia das. Du kommst hier rein und nimmst 34% meiner Energie. Ja, brauche ich ja auch. Für was? Ja, um zu überleben. Ja, wieso stirbst du? Wie gesagt, ich hatte keine Nudelschmeckelbox. Als wäre ich dafür verantwortlich, irgendwie hier dich am überleben zu halten. Guck mal, interessanterweise geht es mir jetzt besser als dir. Ja. Guck mal, da kommt schon wieder so ein Springer, so ein Schiebertyp hier. Der hat einen Pferdeschwanz. Achtung, ich habe wenig Leben, Dude. Alter, und lange Haare hat er auch. Die Pferdeschwanz-Mafia, von der habe ich schon mal gehört. Ich habe ihn getreten. Ich habe ein bisschen Nudelis in den Mund genommen. Wer hat ihn denn angezündet? Hast du wieder angezündet? Hast du nicht einen Flammenwerfer? Ich habe einen gehabt gerade, aber ich hatte keinen. Das war so ein exklusives Ding. Uh, da fliegen die Kugeln. Alter, du musst hier voll japanischen Bullet Jump machen. Das erinnert mich an diese japanischen... Shooter Games, weißt du, was ich meine? Er sagt, ja, ja. Wo du den Kugeln so richtig ausweichen musst, wo du mit den Kugeln tanzen musst. Dance with the Bullets. Ja, diese... Spiele, die es schon früher in den Arcadehallen gab. Alter, 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 der tut da hinten. Hinter dir? Oh, du musst auch immer die Umgebung. Überall hängen so Fässer rum und so. Ich habe den Shotgun plötzlich. Nice. Plötzlich Shotgun. Alter, komm schon. Ich habe voll wenig Leben. Andrew Place ist auch da, Leute. Guck mal, Scare Project. Das sind alles Oldschooler hier, sehe ich gerade. Ich habe hart wenig Leben, Dude. Oh, nice, Alter. Die Shotgun ist nice. Boah, ich bin hier runtergestürzt. Komm mal mit. Huh. Wo bin ich nun? Gibt es da oben noch Geheimnisse, die ich nicht kenne? Warte mal, hier ist noch jede Menge Munition. Ich muss erst mal hier alles looten. Da ist eben gerade ein Dude gestürzt. Juni Gritta, vielen Dank. Mach sie fertig, Kreis. Beste Grüße, liebe Grüße aus München. Ich bin das hier. Ich bin gekommen, um dir zu helfen, damit du nicht wieder meine HP verschwendest. Habe ich eben gerade wieder Schrotze weggeschrotzt? Weiß nicht. Ich war auch am Start. Aber ich habe voll wenig Schrotze-Munition. Sun Snow ist auch da. Ist übrigens ein Mädchen, wusstest du das? Wer? Sun Snow? Nee. Ich habe immer R gesagt und immer Ärger bekommen. Heftigstes Spiel. Alter, oh. Oh, die Schrotflänse macht Bock. Ja, aber die hat keine Reichweite. Klar, hier, guck mal, wie die reicht. Achtung, da oben hängt ein Dude. Alter, was hat die denn für eine Reichweite? Achtung, hinter dir. Schiebermasken, Mann. Der da oben. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Wer kann abgepackt haben, seinen Namen sagen? Oh, Jimmy. Alter, ist ja eben gerade durchgebracht, der dicke Dude. Hier, Keith, wirst du God of War 4 Let's Plank? Aber natürlich, ich bleibe sogar noch mal God of War 3 vielleicht reinzuschieben. Oh! Oh, er kam wütend von der Toilette gerannt. Ja, klar, der hat einen Sprühschiss. Den habe ich auch angefressen. Das ist doch auch ein Sprühschiss. Oh, tritt ihn, hier, ich tritt ihn. Einfach mit der Shotgun in den Rücken schießen. Das, das, das ist nett. Molotow, Molotow, Molotow. Guck mal, Ladies ist aber noch gut, die Tür. Die Lady-Tür ist gut. Hä? Ah, der steht da oben, da kommt er natürlich nicht ran. Alter, dem habe ich aber eben 8er Schrot gegeben. Auf den Nacken. Oh, da. Ich bin im Vorfüllraum. Ich habe voll wenig Leben. Ich bin schon wieder. Hol dir was da unten. Ich kam nicht mehr ran. Oh, Gott. Du hast das ganze Leben gebunkert. Das teilen wir uns anscheinend nicht, Kumpel. Doch. Nein, guck doch mal, ich habe nichts bekommen. Du hast ja jetzt schon wieder 4% oder so gekriegt. Vorsicht. Alter, er hat die ganze HP ja da voll. Wow. Ich bin im Vorfüllraum. Kann man hier was Cooles holen? Waffen. Gibt es hier jede Menge Waffen. Jede, jede Menge Waffen. Also Kreis, geh du mal vor. Wow. Wow. Vorsicht von oben auch. Ja, Kreis, du hast das Geld. Ich habe heute Milch getrunken. Ich bin eh nicht. Wurde vergiftet. Du hattest damals die Mafia gemacht in den 40ern. Ey, Johnny. Nimm das Glas Milch, Johnny. Aber ich habe mal gelesen, Milch ist Gift. Nein, Johnny. Wer erzählt dir denn sowas? Ich muss dein Glas Milch im Theater trinken. Ey, die gehen hier in Deckung hinterm Vorhang. Ja, ja. Alter, die haben Biker engagiert, weil die Mafia nicht mehr genug Männer hat. Die haben Biker engagiert und Typen mit großen Schrauben... ...Dockenschlüsseln. Handwerker. Handwerker. Alter, da kommt einer aus diesem Ding und schlägt mich einfach. Alter, Gewerkschaftsmerkler. Ein Gewerkschafter kam da unten raus und hat mich geschlagen. Da oben ist noch einer. Oh mein Gott. Jetzt kommen Nazis. Nazi-Bullen. Überfall. Ach, Polizei. Oh mein Gott. Was haben die denn mit ihren Autos? Ist das legal? Guck dir den Fahrer an. Guck dir den an. Oh mein Gott. Was ist das? Was zur Hölle? Ey, was ist in diesem Kino los? Alter, was ist das? Adolfs Lichtspielhaus. Da sind Dinge passiert. Adolfs Lichtspielhaus. Alter, er guckt sich da hinten versaute Magazine an um die Ecke. Ja, ja, sogar wirklich. Warum bin ich eigentlich Indiana Jones? Habe ich nicht verstanden im Plot Twist. Ich weiß nicht, warum bin ich bisher Steephank? Wer bist du eigentlich? Du bist doch Buttly. Nein, das ist doch Buttly. Buttly? Wer ist denn Buttly, ey? Nein, Buttly, der der Butler-Diener den halt hat. Knallts Buttly. Knallts Buttly. Knallts Buttly. Alter. Wow. Alter. Dutz. Dutz. Alter, da unten ist richtig Schlägerei. Wow. Wie komme ich da nochmal hoch? Ah, hier. Ich brauche nämlich eine Amusley-Box. Amusley-Box. Siehst du, haben wir beide bekommen? Amusley? Amusley. Ich glaube, wir haben beide Amusley bekommen. Äh, Ragnar Odinson hat aber Geld gespendet und sagt, wir sind ziemlich krasse Herren. Und er wünscht uns sehr viel Glück bei seiner Klausur morgen. Dankeschön. Danke. Und Nightmare hat auch Geld gespendet. Ah. Bitte einen Keith Cameron-Song. Ah, Keith Cameron. Bei mir wird nur Piesel immer verlangt. Achtung. Ah. Oh, oh. Ey, mir geht's aber nicht mehr so gut. So muss ich in ein Studio rein. Ich hab eine Nudelbox da ganz oben gesehen. Alter, hier unten wird aber hart abgenudelt. Ey, die haben mich gekillt. Da kommt eine ganze Nudelbande. Die hat mich gekillt. Du musst überleben. Was soll ich hier machen? Alter, er lutscht mein Leben. Komm schon, Bro. Was denn? Du hast mir hart Leben gezwackt. Ja, du hast schon zweimal gezwackt bei mir. Er zwackt mir hier ein Fünferleben weg. Du hast doch doppel gezwackt. Alter, ich hab nichts mehr. Du hast mir ein 34er gezwackt. Ja, und gleich muss ich bei dir wieder zwacken. Oh mein Gott, ich hab nichts. Ich brauch unbedingt... No! Oh no! Was war das? Ey, das Spiel ist nicht leicht. Asluck für Dizzle ist auch da. Der heißt Asluck für Dizzle. Jetzt rate mal, wo er herkommt. Mönchen? Oh mein Gott, es gibt Falldamage. Ganz oben aus den Bergen. Äh, ich bin auch hier. Guck mal, wo bist du? Alter, der Typ ist da unten in so eine Wiener Szene-Disco reingebrochen. Boah, ich brenne irgendwie. Vorsicht, du musst die schnell wegholen. Die Dudes sind übel mit ihren... Mit ihren Schmollomoffs. Achtung, oben ist noch ein Schmollo. No! Vierte Schwanz bei mir. Nein, der macht mich gerade ganz schön fett. Der hat doch kurze Haare. Die Musik ist so geil. Oh, da oben. HP. Kann ich gut gebrauchen. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ja, dann kriegst du doch gleich wieder was von dir. Alter, es gibt voll wenig. Alter! Alter, da kommt er! Mechanic Boy! Wenn ich dir wieder die Eier gerettet hab. Mir mal wieder, weißt du? Oh, oh, oh! Da hab ich dir ganz schön die Hoden. Das Hodengebell. Vorsicht! Da ist so ein Fass weg da! Oh! Alter, das ist ein... Ein Haudegen, der Mann. Trupp, Alter, Trupp. Wie ich immer zu deiner Mutter sag, Trupp. Trupp, äh? Alter, die... Ach, die... War Trupp bei meiner Geburt... Achtung, die Bullerei! Polizei ist involviert! No! Ich brauch Muesli-Box. Und jetzt? Hier raus? Oh, hier voll Pipi-Geräusche. Alter, hier ist ne Karre. Können wir die klauen? Oh, ist hier hochgeflogen. Guck mal, aber die wissen noch nicht, dass wir kommen. Kann man da rein? Ah! Oh, Bosch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hinter uns, hinter uns! Okay, die brennen da unten jämmerlich. Oh! Slice and dice. Guck mal, der! Der sieht aus wie... Von, ähm... Hier, äh, äh... Beetlejuice. Dieser Schrumpfkopf, der in dem Wartezimmer sitzt. Wo gehst du hin? Kacken? Ja? Da steht Exit. Und tschüss. Da steht Exit. Alter, da müssen noch Zombies kommen. Oh, Katzi. Alter, die große Razzia. Die große Nudel-Razzia, sage ich dir. Die große Nudel-Razzia. Die Nudel-Prohibition. Warum nannte man es Nudel-Razzia? Naja, alle hatten untenrum nix an. Okay, ne Kettensäge schon wieder. Ähm. Alter, das sind noch keine Zombies. Hat Sprit. Am Sprit kannst du nicht spare. Ey, wie kriegen wir denn den da oben kaputt? Ja, von unten schießen. Ah ne, der Mann übernimmt's. Unser Mann. Den wir geschmiert haben von der Bullerei. Vielleicht hätten wir den gar nicht kaputt machen müssen. Julian, vielen Dank. Geburtstag und Kreis streamt. Alter, du hast Geburtstag. Na, dann kriegst du jetzt was ganz Feines vom alten Onkel Kreis. Wie geht, Alter Kreis. Hör mal auf. Das geht doch nicht. Mach das privat bitte. Ich will Werbung. Kann man hier runterspringen so, Onkel Kreis? Wie bist du da hochgekommen? Äh, was, was? Alter. Wie bist du da hochgekommen? Alter, ich hab ne geheime Waffe gefunden. Wie fett ist das denn? Was hast du nur gefunden? Geheime Waffe. Oh mein Gott. Ich lieg da hinten blutend. Meine geheime Waffe. Ey, was ist mit meiner HP wieder los hier? Ey, das gibt's nicht. Der ist nur am... Musst du mir die geheime Waffe holen. Oh, oh. Alter, ich... Auf welcher Seite stehen die denn? Achtung, da ist noch einer mit nem Kluppel. Musst du treten und dann die Rübe wegmachen. Alter, jetzt hab ich die geheime Waffe zweimal. Wieso? Fett, weil Kreis bin ich weiter. Ey, Moment. Ich stecke irgendwie fest. Oh nein, ich hab nicht nachgeladen. Achtung, geheime Waffe. Alter, zieh's dir rein. Geheime Waffe. Was hat denn da für ne Waffe? Geheim. Das ist geil. Alter, der macht richtig gut Damage. Zieh's dir rein. Boah, es war... Alter. Oh, die fahren da voll drauf. Es geht ja ab. Höh. Was ist das hier? Das Lexing Hotel? Haha, Lexi, Alter. Bam, guck mal, umtreten und dann... Oh, da geht's nach oben. Achtung, Schieber, Dude. Ich steh hinterm Lexing. Vorsicht, Kreis. Du bist ein Sack, ey. Ja, was denn? Ich sag, du stehst selber drauf. Ob's Lexi Motel. Achtung, er kommt. Er kommt. Oh, von den... Polizei. Er hat den Bullen umgeschraubt. Der ist voll explodiert. Der wäre mir auch richtig gegeben. Achtung, Achtung. Alter, ich seh nur irgendwelche Körper. Da fliegen die Brocken. Die Brocken fliegen hier. Was zur Hölle? Da ist HP da drüben. Ja, aber da ist auch noch ein bisschen Munition für die Tommy. Brauche ich. Die ist wichtig. Oh, oh. Hat er seine eigenen Leute mit rausgerammt? Was ist das da für eine merkwürdige Flammenwerfer-Tür? Weiß ich nicht. Alter. Wir kämpfen einfach... Shit. Aber guck mal. Wir schießen gegen diese Mafiosi und wir schießen... Wir schießen gegen alles. Wir sind neutral. Oh, hier ist eine Tanzstange. Das ist das Separé. Wir sind im... Wir sind im... Aua! Alter, wo bist du da... Klimaanlage ist doch aufgefallen. Was ist das da hinten? Da ist irgendwas... Leckeres. Da ist was versteckt. Dafür müssen wir aber da durch. Wir kommen da nicht durch. Können wir über das Gas abdrehen? Ich hab's versucht. Aber du kriegst nur so ein bisschen... Kommt man da... Vielleicht da oben raus? Ah, bestimmt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich hab da was. Ich hab da was. Ich hab nichts. Aber guck mal. Hier unten geht's auch rein. Komm mal zu mir. Ah, ich hab's gefunden. Ah, okay. Aber... Da ist es. Aber wie kommen wir da hin? Ich weiß wie. Nochmal zurück. Und dann wahrscheinlich... Da runter gehen. Tja, Geldahnung hat das Spiel nicht. Ich bin doch... Doch, ich bin unten. Die Geldahnung? Echt? Geldahnung hat Ahnung vom Spiel. Aber der hat das Spiel hier nicht. Vier Mal. Achso, und die Leute wieder gefragt, warum Geldahnung nicht dabei ist, oder was? Ja. Kannst du die HP nicht einsammeln da? Nein. Welche... Ne, das ist deine. Ey, wie bist du da hingekommen? Ja, Mafia-Methoden. Ach, hier durch das... Ne, unten an der Seite. Hab ich doch gesagt, da ist doch ein Loch. Ja, da ist doch ein Loch, weißt du, hier an der Seite. Ich hab einen künstlichen Darm-Ausgang. Ich weiß doch... Jetzt können wir uns aber die dicke Nudelbox da oben holen. Aber es sind auch schon wieder Bullen. Nudelrazzia. Hab ich damals was mitbekommen in den 40ern. Äh? Alter, ich... Was ist hier? Ich stecke irgendwie fest. No, 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 ich hab keine Muni. Hier steht mit B treten. Ich hab einen Bug oder so. Ich hab irgendwie einen Bug. Wo steckst denn du? Alter, ich hab eben gerade einen Erfolg bekommen. Mafiosi schlechter. Ich hab einen Bug. Ich hab festgesteckt. Ich konnte mich nicht bewegen, Alter. Alter, jetzt muss ich hier durch. Jetzt zwackt ja gleich wieder mein Leben. Ja klar, natürlich. Nimm doch nur deinem... Bro das Leben weg. No, no, ich hab nichts mehr, Alter. Ich hab nichts mehr. Wir müssen super... Super vorsichtig sein. Wo war denn die geheime Nudelbox? Da oben, aber da kommen wir noch nicht hin. Da ist noch Flammen. Ach, nein. Vorsicht, Alter. Vorsicht. Da unten ist auch noch ein... Flammen-Ding. Hier ist alles... Oh Gott! Oh, sie kommen durchs Dach! Police from the sky! Police from the sky! Ich hab nichts! Ich hab nichts! Ich hab kein Lebensenergie. Nothing. Oh Gott! Komm hier runter! Ich kann nicht! Ich muss die Nudelbox erreichen. Hol die Nudelbox. Alter, König der Nudeleien. Ohne Scheiß. Bernhard Hertha genudelt als dieser Boy hier. Äh, müssen wir da nicht hier runter wieder, oder? Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier durch, oder? Ich hab auf jeden Fall nochmal Gas abgedreht. Ja, hier, hier, wo ich bin. Äh, du bist irgendwo... Nein, nein, nein! Alter, er schaufelt sich da durch! Hast du gesehen? Du bist so ein Berserker. Noch mehr Nudeln. Hier gibt's noch mehr Nudeln. Mach mehr Nudeln! Wow! Oh! Nein! Alter! Ey, hier kriegst du jedes Mal... Das ist geil, das Spiel. Das ist krass, oder? Ich kriegst jedes Mal einen Krampf, weil hier irgendwer irgendwo reinfährt. Alter, wie ich den weggefegt hab! Mafiosischlechter! Ich hab einen Erfolg gekriegt. Na, ich hab mehr getötet als du. Das ist mir egal. Na, ich bin der Killer Nummer 1. Weißt du, wem's nicht egal wird? Den Gaia. Der wird aber gleich einen Wettstreit machen. Das zeig ich dir. Während Greis für Spaß spielt, spielt Gaia. Nur, um Erfolg zu haben. Oder besser zu sein als andere. Oh! Noch einer! Das ist nicht the law. Girls, girls, girls. Ey, ist voll gut gezeichnet alles, ne? Ja, voll gut, aber auch. Alter! Irgendwo da ist eine geheime Nudelbox. Oh, boah! Ich hab ihn voll in die Flammen geworfen! Ey, da oben ist in der Pizza heimlich. Oh, du hast ihn voll beim Pizzaessen in den Rücken geschossen. Das ist super unfair. Da kannst du gleich beim Masturbieren erschießen, eigentlich. Bam! Baby. Klimaanlage zerstört. Alter! Alter, was läuft hier? Wow, wow, wow. Der Dude dreht wieder durch. Der mit dem Ponytail. Captain Ponytail! Oh, er brennt elendig! Ich drehe ihn noch ins Feuer. Alter, wie ich ihn gegrillt hab. Oh, nein, 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 da kommt vier. Du kannst hier ins Feuer treten. Aber balzt das Feuer aus, oder? Ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon, Kreis, wir müssen überleben. Tötet Mr. Ponytail, Achtung! You son of a... Oh, zum Glück ist die Schrotze, Alter, dies. Ja, aber ich kriege von zwei Ecken... Alter! Was ist das denn hier für ein Babbo? Er nervt ganz schön, er hat mit seiner... Okay, alle tot? Oh. Oh, ist jetzt wieder irgendwas? Warte. A Noodle Box. A Noodle Box? A Noodle Box. Kannst du mir Noodlies machen? Deine Haare büffeln nach Käse. A Noodle Box. Luke, deine Haare büffeln nach Käse. Geh und du die Dusche. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt zurück, oder? Weiß nicht. Indianer, gute Nacht, danke, dass du da dabei gewesen bist. Hier kommen wir nicht raus. Ach so, auf die Mail schreibe ich natürlich auch noch was. Ah, hier, hier. Da, wo das Blut irgendwie tropft. Aber ruhig aus, werd gesund. Oh, oh, oh. Irgendwie sind gerade alle krank. Alle, alle Menschen. Also, im Moment ist echt keine gute Zeit zum Leben allgemein, ey. Nee. Also, was jetzt Krankheitsanfälligkeiten angeht, irgendwie. Alter, wow, was ist das? Hä? Der ist einfach tot vom Heren gefallen. Guck dir mal sein Gesicht an. Er hat voll das Terbaldete Face. Da ist doch Mafiamord passiert irgendwo hier oben. Achtung. Na, Buzzball. Buzzball, Knubbel, auch. Oh, wo bin ich da reingefallen? In die Dachluke. Achtung. Ich muss nachher haben. Oh. Der Typ da oben. Der ist brutal. Boah, ey. Boah. Alter, es ist aber... Da denkst du gerade, dass man... Was der? Eine Sekunde Ruhe. Warte mal, was ist da unten? Das hat sich doch jetzt... Ja, da unten ist was. Boah, ich hab voll wenig Leben. Ich auch. Achtung, von oben, Bulle. Wunderei von oben. Vorsicht, Schieber, Mann. Boah. Ich hab auch gar keine Munition mehr, Alter. Ich bin tot. No. Von hinten. Vorsicht. No. Von allen Seiten. Oh Gott. Oh Gott, der mit dem Stuhl. Der mit dem Stuhl. Ich hab kein Leben. Ich hab nichts. Ah. Ich bin gespawned und sofort wieder gestorben, weil ich auch kein Leben mehr hab. Ich glaub, das Spiel wird später mörderschwer. Okay, Vorsicht, ich hab nichts. Wir müssen da unten hin. Wir müssen da unten hin. Da, Nudelbox. Ja, vielleicht haben wir hier oben irgendeine Nudelbox übersehen. Nein, wir müssen auf jeden Fall den hier kennen. Hat er eben gerade seine Waffe geworfen? Wow. Was hast du gefunden? Jemand hat Geld gespendet. Oh. Boah. Das passiert bei mir nie. Zum Glück hab ich mich vor dir geworfen. Ey, Andreas, Schoffel, 10 Euro. Vielen Dank. Hört, hört. Schoffel, spendet. Oh, da greifst du eine dicke Kohle. Klitzekleine Kleinigkeit. Ach, guck mal, das ist schon 10 Euro. Ist schon dick, Boy. Vielen Dank, Alter. Da oben. Das ist wirklich dick. Cash ist. Da oben ist HP. Aber Vorsicht. Oh. Ich hör schon wieder ein Auto. Oh. Ist nie gut, wenn Autos kommen. Achtung, da kommt noch mehr. Okay, ich hab das hier im Griff mit der Schrotflinte. Ja, von wegen, Alter. Ich war kurz drin. Das hab ich gestern auch schon an der Mutter gesagt. Oh. Kommen die da endlos nach eigentlich? Nee, 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 nee. Irgendwann das Ende. Okay, äh. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier wieder zurück und dann oben rum hoch. Oben raus, irgendwie, glaub ich. Oh, warte mal. Da unten liegt aber noch Schrotflinten-Munition. Die würde ich gerne mitnehmen. Die hab ich schon. Da, 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 da. Vielen Dank, Freunde, für die Donations. Ihr seid so hochgeil. Was zum? Alter, der hat mich da oben zusammengetreten. Alter. Sei vorsichtig, der ist krass, der Typ. Oh. Was war denn das? Eben gerade kam irgendwie so ein Sound, so ein... Diddly-diddly-mafia. Haha. Diddly-diddly. Mafia. Peter-mafia. 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 Alle Kinder dieser Erde. Ach nee, ist nicht von Peter-mafia. Alle Kinder-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Oh. 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 Was geht da oben da oben? Why ist jeder Polite in der Stadt versuchen mitzirhart zu empfehlen? Ich dachte, dass ich alles ver cm состоit so mit den anderen Familienküden am letzten Sikszent. Es scheint, dass ein launcheses violence-leer in der Stadt dorthinHA gibt, der sich der Dark Dawn. Niemand weiß wer ist, aber er hat jeder Polite in der Stadt in unsere Milchg廋. Auf die Straße ist, dass er einen interessanten Interesse hat in dir. Was genau? Also, ich liebe mich zu sch술en am gesamten Stadt wie ein dog. Wo ist dieses Mann? I'll pay him a little visit, teach him some freaking manners. That's the weird part, Vinnie. Everything indicates this Dark Don is running his show straight out of Thug Town. What? Yeah, I kid you not. This guy on the force told me they reported an unusual amount of activity there lately for a ghost town. My best guess is you'll find your answers there. I hoped I'd never have to set foot in that freaking hell home again. That's the way it's gotta be. There's so fear. Uh oh. Mmh. Zombies, Freunde. Jetzt kommen die Zombies. Zombies, Mafia. Hardcore Gamer stellt mir geile Fragen und kriegt böde Antworten warum. Von mir aber doch nicht. Tut mir sehr leid, Alter. Aber wir sind gerade heute, siehst du ja jetzt gerade ein bisschen auch konzentriert. Mafia Rausch. Mafia Rausch. Man muss da schon aufpassen. Alter, hier, Weltkriegsgefängnis oder was geht hier ab? At least another German hat er gesagt. Alter, ja. Okay, wir mischen in Deutschland. Naja gut, wir sind immer noch in Kriegszeiten. Alter, schieß, schieß, schieß. Was ist das hier? Nazi Methoden. Alter, zieh's dir rein. Alter! Zombie Nutten. Zombie Nutten. Du bist voll angegriffen. Hahaha. Kann ich da hin oder? Dreht der durch? Ja, der dreht durch. Der dreht durch. Wir müssen in das Rohr da unten. Schnell. Alter, das sind auch mean. Der Zombie hängt ja voll im Auto drin. Oh, ich muss unten durch. Alter, wie heftig. Ey, pass halt bloß auf, Mann. Da sind doch Zombies. Da ist so ein Captain. Alter, hier ist so ein Captain-Zombie. Siehst du den? Komm mal rüber zu mir. Captain-Zombie. Eben ist er explodiert. Er ist explodiert. Walla, ich schwör, Captain-Zombie. Ähm, hinter uns kommen weitere Zombies. Vor uns kommen auch welche. Alter, geilen Sexy-Putzen-Zombies. Sexy-Putzen-Forsuch, Mann. Alter, es gibt Crawler. Boah, Junge. Guck mal, guck dir die hier an. Hat voll die Boobs. Alter, die Sexy-Putzen-Zombies gibt's hier. Ja, Sexy-Putzen-Zombies. Mir gefallen diese Zombies. Die ist noch warm gewesen. Ey, du hast ja hier alle Gegner, die es gibt. Was soll? Ja. Alles ist dabei. Deutsche, Mafiosis, Zombies. Also, ist echt alles dabei. Was hatten die nicht? Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter. Renn, renn durch. Da ist ja wieder so ein Captain. Siehst du ihn? Den durchgeknallten Captain. Der durchgeknallte Captain. Oh, oh. Hast du ihn gesehen? Au. Oh. Hier irgendwo müssen wir... Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Auf der Palette hier kann man... Kann man stehen. Der sichere Hafen. In den Rücken geschossen, der arme Mann. Wo, 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 wo. Achtung, Vorsicht, Vorsicht. Wo, wo, wo. Da oben. Da oben ist ein Fass. Boah. In den Bunker da. Oh. Vorsicht, vor, wo, 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 wo. Vorsicht, 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 Vorsicht. Moment, lass mich kurz nachladen, Freunde. Okay. Okay. Ich komm da gar nicht durch. Ich muss da oben rum, oder wie. Hier, 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 hier. Okay, hier haben ein paar Headshots verteilt. Gut, hier geht's rund. Was, was? Ja, ich hab da unten noch ein bisschen... Alter, die kommen mit Shotguns. Äh, boah, ich will auch eine Shotgun haben wieder. Hier im Gebäude ist das schon ganz geil eigentlich. Pflicht, Alter, Pflicht. Ey, die Musik ist doch aus Lady 7, oder? Alter. Ey, ich hab hier gerade echt Probleme. Es sind mehr Dudes, als erwartet hier. Mir geht's gerade nicht so gut. Aber ich hab volle Energie und kann das Gehirn gar nicht mehr aufgeben. Wir essen doch Nudeln, oder? Ich mein... Ich glaub, oder Bacon könnte es auch sein. Aber warum sollst du die Bacon essen? Wow! Alter! Da haust jetzt, Zombies. Sie wollen hier hoch. Achtung, da kommt noch ein Hausenschmausen. Au, au! Chefkoff, wie schafft ihr es als Schwarzer eure Kultur zu schützen? Naja, wir haben für nach Hause gehen... Für nach... Für nach Hause gehen Homie gesagt. Dann haben das die Weißen gesagt. Dann haben wir für nach Hause gehen statt Homie Hausenschmausen gesagt. Und irgendwann haben wir dann... Waren wir dann mal ein Flippidi-Flabbidi-Flub. Okay, Mr. Sklaven, lass uns nach... Flippidi-Flabbidi-Flub. Nein, sagen sie das nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, Alter, ich hab ihn da ins Höllenfeuer geschubst. Ähm, ich werd hier grade von dem einen da hinten... Ich bin tot. Warum? Ich werd hier grade hart vergewaltigt. Ja, weil die dauernd Shotgunner nachgerückt sind. Die perfekt... Tanzen können. Irgendwelche Verbrennungsanlagen. 22% meiner Lebenspunkte. Ja. Da liegt ein kleiner... Da liegt schon ein kleiner Schuhputzer. Siehst du den? Kann man... Schuhputzer. Kann man das sehen? Oh, oh no! Die Verbrennungszone! Oh Gott, da vorne ist ein ganzes Bataillon von... ... tödlichen Kriegern. Klar ist, du darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben. Ich bin tot. Okay, wie kommen wir jetzt da vorbei? Am besten so mitlaufen. Jetzt warten kurz. Wenn's zurückkommt, dann... Wow! Ja, aber der Dunum ist ekelhaft. Schaffst du das hier? Äh... Warte ich hier noch ein bisschen. Okay, ich bin tot. Ich warte hier. Guck mal, der da hinten... Der bewegt sich, der Körper. Siehst du den? Bei mir bewegt sich keiner. Unten bleiben, Alter. Unten bleiben. Okay, wir werden drauf gehen, ne? Ja. Oh! Ja! Nein! Ja! Oh! Lecko mio! Zum Glück hab ich mich vor dich geworfen. Oh! Alter, bist du verrückt? Boah, war das heftig. Das war schon... Das war schon krass, Dude, Alter. Das war schon echt krass. Geil, bei mir kommt grad voll die geile Musik. Tanzen die da, die beiden? Warte mal, schieß mal unten auf die Minen. Alter, kommen richtig ekelhafte Zombies. Aha, mit dem Arm in der Hand. Ihre Hand, ja, ja. Ja, er will nur die Hand geben. Die haben manieren, die Zombies. Achtung, jetzt ne Waffe. Oh, jetzt sind's auch noch Zombies-Soldaten. Die werden immer krasser. Die, 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 die. Guck mal, Max, Max sagt, ich bin ne gute Nudel. Ey, die Mucke ist richtig gut, ne? Mhm. Was ist das hier? Achtung. Alter, Zombie-Barbecue. Alter, wie sie schreien, was machst du? Ich quäle sie zu Tode. Ich mach hier eiskalt'n Zombie-Barbecue draus. Du, 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 du. Achtung, die putze ist heiß. Du warst mir das Wort. Achtung, boah, was sind das hier? Irgendwelche Büro-Zombies? Büro-Zombies? Ach, das war ein Zombie? Flanders war ein Zombie? Flanders! Boah, wie sie fliegen hier! Alter, da ist der Captain wieder, siehst du auch mal endlich. Ja, der Metzger da oben. Blütt mir das ein. Olaf, mein Name ist Olaf. Oh, als den wieder geplobbelt hat. Oh, boom! Au! Der Wacky-Ball wieder. Voll hin! Warum mach ich überhaupt eine Richtungsangabe? Sind das Arten-Zombies? Oben! Was ist das hier für einer? Alter, der hat seine Kugel geworfen. Er schleudert seine Kugel. Er schleudert sich selbst! So eine Idee, ne? Du musst erst mal kommen. So, hier. Fall down, Mother F. Hä? So, jetzt. Wo müssen wir hin? Ist gut? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich hier lang. Hier. Voll geil, Alter. Achtung! Weißt du, zu der Musik, weißt du, so ein Glas richtig guten alten... Milch? Achso. Irgendwie. So eine Zigarre in so einem Gentle-Silence-Club. Glastis, Glastis. Ey, das gibt es nicht. I can't believe I'm not getting it. Oh, wie er sich selbst schmeißt! Ich hab voll wenig Munition, merke ich gerade. Ja, ja. Aber, ich hoffe mal... Wow! Hier drüben ist noch eine Kettensäge. Ich muss auf die Kettensäge wechseln. Ey, dieser Kugelschleuderer, der ist ja heftig. Wow, wow, wow. Kettensäge for the win. Alter, er macht hier noch so einen Hitler-Gruß. Was? Ja. Brechheit. Mach sie tot. Du musst die Kettensäge nehmen. Da drinnen sind die Leute. Vorsicht! Egal, Kettensäge, Kette seh ich. Bitte, Kette seh ich. Bitte, Kette seh ich. Oh, endlich geil, Noodlies. Ach, guck mal, hier sind so Checkpoints, siehst du die? Diese kleinen Ampeln immer sind so Checkpoints. Was passiert? Der Lift ist kaputt. Oh Gott! Popin! Oh, oh, oh. Wie, wie, wie? Schieß! Wie, wa? Shift für Rollen. Alter, wa? Roll, 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 roll. Ich bin tot. Ich bin, ich bin auch tot. Okay, das ist unser erstes Mal, dass wir ein Checkpoint brauchen. Wow, 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 Moment. Okay. Heftigst. Was hast du da gemacht? Wie hast denn du? Ich bin ja mit Tastatur, ich kann es ja nicht sagen. Ah, okay. 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 Das ist die Demon- oder Dark Souls-Ausweich-Rolle. Guck mal, meiner hier. Achtung. Okay, okay, alter. Roll, 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 roll. Ah, ah, ah. Roll, 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 roll. Ja, weil, roll, 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 mein Reifen. Roll, 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 mein Wagen. Was zur Hölle? Ich habe einen Sprengsatz gezündet. Ich habe einen Bazooka. Ich auch. Ich habe auch einen Sprengsatz gezündet. Wie lange muss der? Der braucht aber eine Weile, ne? Ja, deswegen. Der ist nicht der schnellste, wenn du das hast. Vor allem, wie lange die Schnur ist, die geht durchs ganze Level, Alter Vielleicht dürfen wir nicht lange hierbleiben, ich würde weitergehen, Alter Wir können, glaube ich, gar nicht weitergehen Ich werde, hier kommt vielleicht ein Endboss, das sieht so nach Endboss-Tutorial aus, merkst du das? Ja, Endboss-Zone Ich glaube, ich bewahre mir den mal auf Ich bespare mir lieber mal die Bazooka Alter, ich habe Treibstoff Achtung, noch mehr Führer-Zombies Oh, er mit seiner Kette, der Lumpi Fetten Lump Alter, was hier unten an Gegnern rumkreucht Das ist aber eine sehr lange Zündschnur Oi, 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 oi Sagen das nicht die Iren auch immer, oi? Oi! Bam! Bam! Shotgun ist am geilsten Ja, die ist richtig geil Mhm, die ist mega Aber man musste nachladen, ey, ich vergesse das häufig Uh, Catty Okay, lange dauert es nicht mehr Oh, oh! What the f- Das war gar nicht Stich mal Stich ihm mal ins Auge Achtung Ja, ja Oh mein Gott, er hat einen Bruder Er hat einen Bruder, er hat einen Bruder Mein Bruder Oh, zwei Drilling Damals im Wanderzirkus Oh, no! Im Wanderzirkus Wanderwarze Boom, Alter Und noch ein Boom Oh, der wird gerade cross Ente cross? Oh Oh Nen, 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 nen Ich habe ihn voll in den Oh, der hat den Arm abgeschnitten Er hat ihm den Arm abgesägt Das war barisch Thomas Pizza fragt, was geht Na ja, Mafia halt Siehste doch Zombies und Mafia Das Original Mafia, Zombie, Weltkrieg Also, ich habe alles gesehen heute Abend Ich habe alles Ich habe alles in dem Spiel La, 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 la What is going on? Ich schieße mit meiner Doppelgon Doppelgon? Doppelgon! Meine Doppelgon! Ja, wo kommen wir auf einmal alle her? Shotgun Muni Oh Ich auch, ey Shotgun wäre mega Wäre mega gut Im Moment liegt hier nicht so viel Muni rum Irgendwie Ne, weil Zombies haben Für gewöhnlich keine Munition Die Mafioses hatten halt voll viel Muni Alter, der hat keine Beine Kann aber springen Wie macht der das nur? Ne, mach Ey, heute ist mein Typischer Bogus Becker Post gekommen ist Mein Alien Autopsie Set Oh, nice, Alter Alter, jetzt bin ich bald ready Nächste Woche mache ich Alien-Schlodder Und Zombie-Kote Ich habe auch noch Ein Parasiten-Set Wo ich Parasiten sein kann, Alter Am besten wäre es, wenn du hier wärst Und mitmachen würdest Am besten Ja Wir müssen oben rum Stecken wir uns die Parasiten dann gegenseitig in den Mund Ja Da, 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 da Krasser Boy Familie geht's gut Du brauchst gerade arbeiten Deswegen kann ich hier Spaß haben Mit dem alten Mann Ich werde hier gerade ganz schön in die Mangel genommen Ah Aber ich Die wollen alle ein bisschen mangeln hier Doktor Mang wollen die machen Doktor Mungelahnung Achtung Ey, du musst auch alles tosten, ne? Toasten ist geil Ja komm schon Alter, hast du gesehen, wie sein Kopf verdreht war? Nein Endlich Oh Oh mein Gott Siehst du nicht? Der hat nur noch einen Stumpfen da oben Einen Stumpfen Ja, der hat nur noch Dein Stumpfen Nein, 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 nein War sie Bazooka? Oh, Shotgun Nice Oh Oh, no Oh, no Alter, hat mir vor den Stein ins Gesicht geworfen Ist doch geklaut von deinen Leid Haha Von meinen Likes geklaut? Von meinen Likes Oh, oh No No, 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 no Alter, ich bin ewig Einsatzfahrzeuge Schweiz Vielen Dank Ein Gruß vom Schwätzer Milchbueh Ja mal So Milch ist Gift, weißt du Hahaha Das hat der Oh Soziologe und Biologe Unger gesagt Einer ist down Einer hab ich geschrumpelt Jawoll Alter, wie so ein Mushroom Der in der Panne zischt Sind wir schon wieder hier unten Ja, der muss ja mit ihren Steinen da runtergejagt Die Schweine Das ist die Gesteine-Schmeißer Wo hast du da nicht so viel HP her? Kann ich mal da ein bisschen zitzen vielleicht? Ne Ne Da drüben ist ne Nudelbox Da drüben ist 8er Nudel Ne 8er Nudel Ich hab eben gerade ein bisschen auf Muni sparen gemacht Ich hab nur mit Standardwaffen gespielt Alter Immer ein bisschen was auf Kette hat der Junge, ne? Apropos Kette Die Kettensäge eigentlich Sprit oder? Ja, die hat Sprit Unendlich Ne, die hat Sprit nach unten Was ist da unten eigentlich noch? Da ist ein Zombiesoldat Der war nur betrunken Die kaut an ihrem eigenen Arm Sehe ich gerade hier die rosa Die sind richtig geschritten Alter, ich hol hier gerade eine Errungenschaft nach der anderen Freischwinger hab ich gerade bekommen Wie? Warum kriegt man denn Freischwinger? Weil ich wahrscheinlich den Ketten-Dude da irgendwie oft genug getötet habe Was nuschelt deiner eigentlich immer? Deiner nuschelt die ganze Zeit irgendwelche Sachen Heißt es nicht Scheit Scheit Alter für einen verrückten irischen Schuhputzer Wow, wow, wow Schuhputzer Gang Das hab ich aber ganz schön kassiert Ja Oh Vorsicht, Alter Ja, dieser Typ mit der Kette Ey, dieser Typ mit der Kette tut aber auch ganz schön weh Äh Achtung, Explosions everywhere Man darf da nicht reingehen immer Alter, was ist denn das? Stinkeminen Der Käpt'n schmeißt mit seinen Glöckchen Käpt'n Glocke, Alter Käpt'n Glocco Ey, Gloccovich Oh oh, da geht's wieder rund Ah Boom Boom Alter Diese Steine sind so übel Bam Alter, vollen Rücken der Rakete Was hat er da für ein Loch im Gesicht? Sein Gesicht ist schon ein bisschen weg Ja, sag ich doch Sag ich, ja Sein Hals gurgelt nur noch so Das ist ja Geheimes Sieht aus ein bisschen wie Britney Spears in South Park Ja Was hat Britney denn jetzt schon wieder gemacht? Sie hat sich gänzlich die Schädeldecke entfernt Was hat die verrückte Britney jetzt schon wieder gemacht? Wah, wah Wah, wah Was ist das hier für ein Zombie-Paarungsruf? Ja, ne? Das ist der Grillruf Wah, wah Oh, ey Wollen wir da nach unten gehen? Wir müssen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich Subway to Sally Smelly Subway to Smelly Alter, Alter, da ist ein Dude Das ist einer von den großen Jungs Rakete runter Ich grill die offene Stelle noch ein bisschen nach Alter, wie viele Raketen der frisst Wer runterrutscht Ey, da war ein Mafiosi Einer Nur einer Oh, Alter Alter, Nudelbox Alter, was läuft hier? Was läuft hier? Holy shit Die U-Bahn The U-Bahn The German U-Bahn The U-Bahn The U-Bahn Tunnel Wir müssen da hinten die Stellung sprengen Und so lange hier überleben Oh 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 Ich hab beide Steine für dich abgefangen Alter, ich spiel hier gerade nur mit Standardpistole Weil ich wieder ein bisschen am Klausern bin Ich bin hier gerade ein bisschen am Dagobert ducken Guck mal hier, er hängt Er hängt Glück, ey Wieder springen Oh Er hat dazugelernt Er hat dazugelernt Er wirft höher Komm Gib ihm noch Der Standardpistole Alter Kreis Stirb gleich Nee, gib ihm doch nicht Lass dich Lass dich so nah ran Ist er tot? Nee, immer noch nicht Jetzt Jetzt aber Da fliegt der Arm Komm, ich hab Ja, oder? Yes Yes Ich hab nur noch Kettensäge Kettensäge Heftiges Spiel Wow Alter, was ist da unten denn? In den Himmel Hey, was haben wir hier von der Waffe? Bist euch ein Haas noch an? Falscher Himmel Alter Ich hab einen falschen Himmel bekommen Bei mir ist Ich glaub, mein Stream wurde gar nicht angezeigt Bei mir ist nichts los Bei dir Heute voll die Eskalation Eskalation Sergej Serioga Mein alter Wie sagen die Russen immer? Bratan Mein Brat 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 Kommt das nicht in die Wurst? Alter Alter Vielen, vielen Dank, Mann Krasser Shit Da geht der Mann einen ganzen Monat arbeiten Und dann gibt das bei Kreis aus Naja Vielen Dank Bro Irgendwann rasiert das meine Eier plötzlich Ja, siehste Jetzt geht's los Jetzt geht's los Der Palzruf Der Palzruf Das Geld ist Muss ja erstmal rumgehen Ein bisschen Hä? Was ist da oben? Nee, hä? Hä? Wo können wir da durch? Hö, hinter uns Komm wieder Ich muss mir ganz zurück erstmal Hält hier was ein? Jetzt kommen die Demotour Ah, hier, Bretter Einsatzfahrzeug Schweiz 10 Euro Rasier mir die Eier Natürlich Mal schauen, ob du lesen kannst Ungefähr Ich kann keinen Schweizer Ich kann's gut verstehen Weil ich in der Schweiz gearbeitet hab Aber Oh, ich hab ne Ich hab nen Erfolg gekriegt Der hieß Schleckermaul Woh, ich geht's Wow Woh, woh, woh Er hat mir den Blauen gegeben Wieso, ich geht's? Alter, wir haben ne neue Baffe, ne? Schleckmaul pro Homo Schleckmaul pro Homo Oder Homo Boah, was geht jetzt ab? Zuckender Blitz Alter, 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 alter Der Reifen hier Hat mein Eigenleben Ey, ich hab nen zuckenden Blitz gekriegt Er könnte niemals im Sexkino gehen Am Ende glaubt noch jemand Ich hätte kein Internet Das ist peinlich, ne? Deswegen ist das peinlich Achtung, da kommen richtig viele Dudes Auch wieder so ein Affenbutler Jetzt hab ich noch was bekriegt Fleischwürger Ach ne, Fleischschwinger auch Der Fleischwürger Ich dachte schon, was das so für ein Erfolg jetzt Geht aber nicht Wir haben ne neue Waffe, ne? So ne neue Pistole Das sind doch Nazis Der hat doch ne kleine Binde gehabt Ach doch, ne Armbinde Jetzt kommen die Nazis Nazi-Offizier, Alter Wir haben hier so nen Colt oder sowas Okay, ich hab ein Problem Ich bin tot Oh, fuck Die Nazis haben meine Leiche Das klaut ja wieder die Hälfte von meinem Leben Alter, wie ätzend Ey, guck mal, dafür hab ich sie wieder gerettet Scheiß hast du mir sie wieder gerettet Was? This is not a drill? This is not a grill oder so Ach so Also wollen die Deutschen dann schon wieder grillen? Da war ein rothaariger Offizier Das gab's doch gar nicht Gab's doch gar nicht Warum kommen jetzt aber Nazis? Ich versteh's nicht Ich mein, wo ist der Übergang? Ist das jetzt hier Deutschland schon oder? Mafia, Nazi, ja Ich weiß Achtung, da kommen wieder ganz viele von diesen Zombies, die du so gerne hast Achtung Das gehört in Soundtrott Gott, das war eine 18er Ohrenfeige 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 Was ist das für eine merkwürdige Frucht? Guck mal, die Mafia und die Zombies und die Nazis arbeiten aber eindeutig zusammen Ja Ist das überhaupt legal? Ey, hier unten fehlt eine Sprengung statt Ja, hier oben habe ich noch voll viel Action Mit Baseball-Knobelis Baseball-Knobel? Aber hier Sprengung habe ich gemacht Ja, Baseball-Knobel Honkball-Knobel haben die Hey, ich habe eine neue Waffe A-Deutsche MP40 A-Deutsch A-Deutsch Alter, von dem ist nichts mehr übrig Guck mal, der da unten liest seinen Strip-Club-Magazin Oh, hier ein Offizier Ein Strip-Club Deutsche Girls Deutsche Metal B-Club im Magazin H-H-H-H Alter, den habe ich geheadbobbelt Hat der gerade Arschloch gesagt? Arschloch Ich glaube, der hat Arschloch gesagt Heute habe ich Radio gehört Und da kam dann irgendwie so Das war das Wetter mit eurem Franz Möse Der hieß Franz Möse Alter Der hat das laut gesagt, dachte ich mir nur Muss ganz schön mutig sein, der Mann Das war das Wetter mit eurem Franz Möse Alter, die kommen jetzt hier mit Typen an Die Raketenwerfer haben und so Ja, das wird immer heftiger Das ist verstörend heftig Franz Möse eben Da oben ist wieder ein General hier Nazi-Binden-General Den hole ich mir Oh, da Munition Ich brauche Shotgun-Munition Ja, hier kommt wenigstens mal wieder Moon jetzt Au Der rummelot mich hier, Alter Rumbleot Ich schieße ihn einfach von hier in den Rücken Wir haben uns von vorn noch einen mitgegeben Oh, ich werde aber getroffen Da ist noch so ein Pizza-Nazi Pizza-Nazi Bald kommt Pizza-Connection am 22. Voll easy, voll geil Werde ich spielen Let's play, Alter Ich will dieses Live-on-Mars zocken Ich finde das sieht voll gut aus Tropico auf dem Mars Marsico? Alter, gerade wird es ein bisschen eklig Kann das sein? Bring them to Auschwitz Hat er bei mir gerade gesagt Bring them to Auschwitz Hat er echt gesagt? Ja, bring them to Auschwitz Alter, da ist da wieder nichts Oh, da ist so ein Offizier Das ist ein Offizier I really has to go to the bathroom I really has to go to the bathroom Guck mal, der Mafia-Typ hier Okay Oh, da bin ich wieder rot Geldahnung mag wissen, ob wir nicht irgendwann mal wieder Origins spielen wollen Ich wollte BO2 spielen, aber gerade gesagt Oh, BO2, Mafia Das habe ich gerade gar nicht original Hat uns Seiko nicht so ein polnisches Geld sparen, wollt ihr das so was? Nee, wegen diesem zensiert Ding Da war da irgendwas Da hat er was polnisches gekauft oder so Und dann konnte er die Sprache nicht umstellen Oh nein, 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 nein Er hat 16 bekommen Oh Ich musste dodgen No Ich habe nichts Andrew Place sagt, er hat mir und dir schon einen reingedrückt Kreis Nein Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh no Es ist so hart, dass Mafia Nazi Zombie Juden leben Guck mal, wir sind doch direkt hier Ich weiß nicht genau, was ich bin Bin ich ein Mafiosi? Bin ich ein Zombie? Bin ich ein Jugendlicher? Bin ich ein Jugendlicher? Oder ein Girl Oh, Alter, Raketen wäre verfliegen hier Alter, bei mir regnet jetzt gerade alles Die verfolgen einen ja auch voll, ne? Ja, die haben so richtig Stalker-Mode Oh, der hat die Kisten losgeschossen Achtung, da unten ist eine ganze Armee Ich weiß, die haben hier alle Schießschaden und Strullerschaden Strullerschaden Oh Achtung Er plant hier richtig, der eine, ne? Ja Alter, wurden von den Zombies gesnackelt Alter, die Zombies Sie rumspringen Threlas O O Oh, Cutscene. What the fuck? That's a bad idea. So what are you monkeys doing? There's only one monkey here, Mr. Billy, and that is you. How the hell do you know my name? You don't get it, little man. You came straight to this place just as we have planned. We have special plans with you back in Germany, so there's no need for violence if you just come aboard crying. Oh yeah? You better have a freaking army ready if you want to put me and that thing alive. Ever heard of the Wehrmacht? We got about a silly soldier. Nazi, take him! Nazis, schnappt ihn euch! Killer Smokey, vielen Dank für deine Delation. Alter. Er hat uns geil endlich mal beide zusammen erwischt. Alter. Wie die... Aber... Ist doch geil. Ist das super geile Synchro, oder? Für... Nazis! Das Spiel kostet nur 12. Ja? 1,99 Euro. An den Nazis, da kannst du nicht sparen. Ne, Nazis hassen ihn euch! Geht das mit noch mehr Leuten, oder nur zu zweit? Ne, es geht noch mit den mehr Leuten. Krass eigentlich. Eigentlich voll geil. Ich glaub zu 40 ist Maximum. Alter, Nudelbox. Hast du den Raketenwerfer da gesehen, der da in der Mitte hängt? Flüssigkeit hier. Alter, guck mal, da schwimmt ein Dude. Da in dieser Flüssigkeit hier. Ja, stimmt. Hier gibt's voll viele kleine Details, wenn man drauf achtet. Großmutter? Großmutter? Ich erkenne sie an ihrem Ring. Warten auf Spieler? Wie jetzt kommt der Spieler rein? Keine Ahnung. Nein. Oder hat Geldahndung jetzt gekauft und joint nach. Alter, Nazi-U-Boote. From Seattle live. Alter, From Seattle live! What the fuck? Raketenwerfer, Raketenwerfer Dude. Oh mein Gott, das ist ein regelrechter Endgegner. Wo will der hin? Man kann nicht aufs Boot drauf. Ne, man kann nicht aufs Boot. Ey, was ist das? Flammenwerfer oder so? Gib ihm, gib ihm. Holy Schmeckler. Ah, Schmeckler. Wenn wir das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben, gegeben wir uns, und ich habe ihn wie große große Waffe auf unsen. Ooooooooh, Achtung. 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 Was willst Du von uns, du Monster? So ungefähr 3,50€. Was ist ein 3,50$? 3,50$. 3,50$. Es wollte Geld? Ganz genau, ich sagte, ich gebe dir keine 3,50€, du verdammtes Monster. Alter, ich hab irgendwie grad nur den Mund auf und konzentriere mich. Bist du tot? Bist du gut? Nein. Oh. No, no, ich hab nichts. Alter, ich hab meine Beine verloren. Ich hab alles verloren, Andrew Plays. MajorPain 350 am Sprit, da kannst du nicht sparen. Dankeschön, MajorPain. Danke, Andrew Plays. Der kam nämlich auch mal gerade um die Ecke. Ich würde sagen, als erstes hier direkt auf Rocket Launcher Basis arbeiten, oder? Oder auf Ehrenmann Basis. Ich geb mir jetzt erstmal auf Ehrenmann Basis ein bisschen was. Von da oben, glaub ich, macht den meisten Damage. Ja, der hat aber auch den meisten Savage, Alter. Er hat richtig viel Swag auf der Hose. Auf der Hüfte. Bisschen Swag auf der Hüfte. Oh, oh, oh. Achtung, 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 Achtung. Alter. Ey, der wird mies. Das seh ich jetzt schon. Müssen runter, müssen runter. Oh. Achtung. Ja, Mist Alter Wieder runter, wieder runter, wieder runter Du musst aber auch auf die Explosions aufpassen Alter, er will mich What? Ich bin down Alter, der Flammenwerfer unter das Ding Du musst unter das Ding, schnell Oh, 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 oh Er macht hier wieder Explosions No Nein, es gibt's nicht Ein ist down Der Flammenwerfer ist auch gleich down Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ich versuche am Leben zu bleiben Spam eh Nur noch der Typ da oben Ich treffe nicht Ich hab null HP quasi Ah, one hit and down, Alter Okay, ich bleib hinterm alten Gurkenfass Okay Oh, ich muss hier runter Habe ich dafür auch noch Munition? Ja Na Oh, nein, ey No Oh, Gott ist das mies, Alter Das ist ultra mies Bro Bro Alter, hier liegt jetzt schon die ganze Mun Aber Nudelbox auf, nicht die Nudelbox anfassen Achso, die Nudelbox 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 Ja Alter, Alter, Alter Ich werde schon mal den Nudelbox nehmen Ich esse meine gleich Ich esse meine gleich Achtung, jetzt geht er runter Alter Alter, tut das weh Full Concentration, Mann Ja, ja, ich bin voll konzentriert Oh, no, no, no Das fängt irgendwie nix Achtung, Vorsicht, 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 Vorsicht Jetzt durch Gib ihm, gib ihm, er schießt jetzt oben Kann ich runterschwenken No Zu früh gesprungen Ja, hat den Flammenwerfer weggeholt Okay, okay Okay Achtung, Vorsicht, da kommen jetzt deine Explosions Alter, Alter, ist der heftig, der da oben Ja, wir haben ihn Okay Ich muss meine Nudelbox nehmen So, nimm dann die Nudelbox Na, guck mal, da liegt ein Kopf rum Oder eher ein Gesicht Neben dem Gurkenfass Haben wir denn da so? Guck mal hier, die ist doch auch ganz geil eigentlich, hä? Alter Nein, 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 der schießt da unten durch Wieder runter, wieder runter, wieder runter Komm, schau, der hat doch nicht mehr so viel Komm, er hat nichts mehr Oh Komm, komm, komm Alles rein Alles rein Jetzt, 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 jetzt Ja Ja Alter, ich bin doch verreckt Er hat mir die Beine weggeschossen, siehst du es? Mr. Vinny Mr. Vinny You want this battle, Mr. Vinny You want it I'm telling you, Joe I just tangled with half a freaking battalion of Nazis Who are working with this dark dawn Don't know what those weirdos want before But I ain't gonna sit here and do nothing about it Yeah, you was right We should fly to Europe and kick their asses You serious, Joe? You do know there's a war going on there, right? Forget about it You ain't gonna let these bastards get away with this, right? Crap, this thing's getting out of hand here Listen, I got an old beatdown B-17 in the hangar That could make the trip to Europe easily We gotta move fast All right, let's do it I'm a good Hmm Hey, jetzt Diana Jones auf einmal auch English Channel Hinten Elvis auf dem Flugzeug gewesen He's gotta be kidding me Vinny, look The Allies are landing on the beaches in Normandy We're hit I don't know how long I'll be able to keep this thing in the air We're gonna have to jump, Vinny Well, at least I won't die alone out here Here I go Who's this guy? Who's this guy? Genau so ist es gewesen, Alter Hallo, Gamer Brother Also in jeder D-Day-Dings Sieht man, dass es genau so gewesen ist Aber ich muss sagen, in 2D habe ich den D-Day noch nie miterlebt Oh, oh, oh Die Mafia hat den Krieg gewonnen, quasi Ja, klar war das damals so Historisch korrekt So, Fritz, nimm das Nimm das, Hebräer Alter, wie halt da hängt der eine Alter, nice, neue Waffe Uh Wir sind gerade voll die Rocketphone-Latz gekriegt D-Day-Style eben, ne Wir haben nur noch einen Soldaten übrig Wow Peter ist tot Ja, alle anderen Mit wie vielen Leuten haben wir gestartet? So war das damals So, die Mafia ist durchgekommen Boah Alter Nein Der Nudelbox Er merzert hier Boah Achtung, hier oben Ist noch einer Mit seiner Büchse Ich brauchte Ich brauchte die Die Nudelbox Der belgische Büchsenmacher Joe Alter, was ist das hier? Ein Granatwerfer Sexy Boah Oh mein Gott Oh Gott Wow Boom, Baby Okay, aber den muss ich Den kann ich gerade nicht nutzen Mach Schneider da unten eben gerade weg genupt Rob Schneider? Rob Schneider? Hier, D-Day-Style Flammenwerfer Yeah Alter, ich liebe dieses Spiel Es ist so geil, oder? Voll gut Voll gut Oh, 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 oh Die Kinder wollen lieber BO3, schreiben sie Ach ja, was die Kinder wollen Oder Fortnite Nicht so gut wie Fortnite Alter, der hat mich hoch genupt Wer ich dich? Nein, hier Boah, ich bin voll drin Mach's kaputt Oh, 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 oh Ups, ich brauch Baseballknüppel Ich hab'n Splitter abbekommen Du musst überleben Ich bin tot Ich mach's mit ner Kettensäge Kaputt Der Westfront-Bomber Sagt, die N24-Dokus Lügen alle So wie das Spiel aussieht Ist es anders gewesen Wir müssen das Ding jetzt zerstören Alter, no! Ich bin tot, muss überleben Muss überleben Ich konnte der da überleben, frage ich mich Wenn wir nicht leben, Alter Die Stahltür ist zu Er muss da irgendwie Was steht in der Achtung Und hört mit Der Feind hört mit Ah Oben die Stahltür ist offen, glaub ich jetzt Ja, da kommen sie Willy und seine Jungs Willy Boah Er braucht schon Call of Duty World War 2 Wenn er das hört Hammer, oder? Viel realistischer Boah, ey Du musst echt aufpassen Auf die Alter, mit mir geht's noch mega rund Auf die Mörser Oh! Oh mein Gott Wo bist du denn? Ganz am Ende Komm Ja, hier Ich werd hier gededated Ja, ich auch Boah Alter Hui Komm mal nach hier vorne, Alter Moment, Moment, Moment Au Irgendwas schießt hier mit Granaten Direkt auf mich Achtung, da kommt schon wieder so ein Ding Boah, Alter Hat der mir eben gerade alles weggepickt Ich bin hart verkröppelt Ey, da kommst du Kommst du da hoch? Nein Nee Alter, das ist ja wieder voll unfair hier Nimm einen Granatwerfer Ja, alle Ja Lass, lass, lass Aber da ist noch ein Dude drin Ich bin tot Ja Guck mal, jetzt geht er wieder hoch Das ist voll gerissen Die Wichser Er hier Er haut jedes Mal eine Granate hier runter Der Arsch Alter, Killer Smokey Hat mal eben seinen VIP erneuert Ja, jetzt Jetzt hat mich nicht Wir müssen noch höher Oh Die haben mich Die kamen da rein Und haben mir von unten in die Sohle gestochen Nein, nein Ich hab nichts Alter Die haben mir in die Sohle gestochen Oh Gott Oh nö Wir sind hier Jetzt haben wir den Gashebel umgelegt Alter, hier kommen noch voll viele Ich brauche deine Hilfe hier Ja, aber hier sind Wir müssen das Schlachtfeld hier räumen Aber wo kommen sie uns alle von hinten Ne, die werden ja hier weggebombt Die werden ja hiermit weggebombt Die sind zu intelligent Die tingeln da durch Also vor meinen Augen wurden sie gerade alle niedergebombt Ich glaub, die sind zu gerissen Joey Tingle Tingle, man Joey Tingle? Oh, Alter Da musst du echt aufpassen Alter Ach, come on Das gibt's doch nicht Jetzt kann ich mir hier so ein neues Ding holen Weil du meine HP wieder frisst Ja, ich hab dafür aber dein Leben ein paar Mal Hä, was war denn das? Oh, ich hab das so ein Hä, das sind so Mörser Du schießt mit den Mörsern Hast du gesehen? Trickshot Komm schon Die Musst du hier hin Ja, und jetzt? Dann wieder runter Und dann hat sich irgendwas wieder geöffnet Ja, hier kommen sie doch Die Schlitzbuben Die Schlitzbuben Führerbunker da unten ist offen Alter, geil Ja, doch Führerbunker Klarer Fall von Fuhrerbunker Kommt da jetzt Piratenmusik? Es kommt Piraten plötzlich Am D-Day Ja, ist doch Piratenmusik oder nicht? Achtung Achtung, da sind Granaten Vorsicht Warte, wir müssen ihn nach oben juken Ist er down? Ja Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Schwein, ey Jetzt auf einmal werden wir richtig sparsam Voll konzentriert So Wollen wir das Spiel auch schaffen jetzt, ne? Ja klar, wir müssen sparsam sein Boah Alter Das war schon Tarantino-Style Nein, nein, nein Ah, der pikst mich wieder Hast du gehört? Achtung The enemy is here Achtung Achtung The enemy is here Achtung Achtung Eine Granate Hier das Auto Schieß es Ja Oben ist aber noch ein Bazooka Joe Alter Was macht Was war denn das eben Ich bin nach oben geflogen Nach unten geflogen Dieser Pikse-Dude Er sticht in die Luft Er sticht in die Luft Der Pikse-Dude Er ist vollgerissen Ja, hier ist er doch Der Officer Romp-Nüc-Nüc hat man da gemacht Romp-Nüc-Nüc Romp-Nüc-Nüc Ja, ist das Neuländer Romp-Nüc-Nüc Alter, warum sind die auf einmal alle abgefackelt? Was ist passiert? Wie unfair diese Pikse sind, ne? Ja Alter, auf mich zu stechen Boah Die haben mega viel HP Irgendwie schon Pipi, Achtung Da kommt ein Schlichelmann nach oben Vorsicht, Vorsicht Ist er da eben gerade Baguettes durch die Luft geflogen? Ich glaube schon Hast du auf der Baggetterie Auf der Baggetterie? Hast du die Baggetterie getroffen? Die Destroys will spenden Aber es funktioniert nicht Warum? Ist alles kaputt oder? Da geht's Probier's mal bei Kies Vielleicht geht's da Drücken, schau mal hier Die Schnur läuft eh immer Äh, ich weiß Oh, oh Oh, oh Wir sind nach oben Ihre Lanzen Ja, ja Schieben, ne? So wie der alte Kies-Scheimer Ja Seine Lanze nach oben schiebt Ah, da war noch versteckte Munition da oben Hier ist auch noch versteckte Munition Ne, dies liegt da ganz offen da Sie ist versteckt Schau mal, mach doch einfach so Alter, ich bin schon dran Gut, da hat ein Mörser, da eine Dude da hinten Achtung Komm eine Kugel da an, du auch? Ne, ne Alter, hier geht's richtig Alter, hier geht's Alter, was ist das? Was war denn das? Hast du die Welle aus Blut und Körperteile gesehen? Ja, irgendwie schon Und du bist drauf geritten, ganz oben Nein Da unten war ein Sahne Sahne bis hierhin Alter Alter, was ist denn das für eine Bratzerei hier? Was ist denn? Ich bin tot Ja, das gibt's gar nicht Ja, das ist üblich die Bratzerei Mit jemandem Kissen geworfen Die hat jemandem Kissen geworfen? Das war die Kissen-Schlacht So war das damals in D-Day Das war eine riesige Kissen-Schlacht Da hinten ist doch irgendeiner Ja, der mörsert hier rum Es ist so ätzend Die mörsern hier alle rum Hör auf damit Ich Ey, der wird immer unsichtbar Oh Der da unten Ey, das geht gar nicht klar Ey, ohne Scheiß Weg Boah, meine Beine Ich bin Kleine Ich hab nur noch kleine Stumpen Kannst du bitte meine Stumpen pflegen? Schickst du deiner Frau Wer will denn meine Stumpen pflegen? Ey, wir brauchen Raketen Alter Aber da kommen auch noch 20 Mörser irgendwie Boah Hast du gesehen, wie ich den Mörser vor dir abgefangen hab? Da kam ja voll der Regen von deinen Gebeinen runter Ich hab extra aufgepasst, damit du nichts abbekommst Alter, du lutschst mein ganzes Leben weg, Junge Nein Ja, okay Na klar Mach nur Auge richtig Au, Alter, mach Auge zurück Geh zurück, geh zurück, ich bin tot, geh zurück Ich lieg im Graben Britischen Graben Oh, im kritischen, britischen Graben Ach, das Ding ist Oh, okay Hui Aber er muss doch Oh, oh Ah Boom, Alter, boom Ich krieg voll den Geschuss in die Nase direkt Nasen-Nazischuss? Abdul Jabbar, den Landka- äh, den Landkasten Den Sandkasten hab ich schon Den Lagerlager Den Landkasten Ich bin grad hier, der Landkasten Der Landkasten Da waren Mops auf dem Flugzeug Da ist das Flugzeug Mit Mopsen Achtung, Vorsicht Warum, manche Who is this guy? Äh, who is this Warte, oh Wollt ihn treten Oh, 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 oh Wir haben kein Leben für treten Uh, Alter, die Kugel No, oh, ich hab beide in eine Kugel reingesprungen Ab in die Nazi-Scheune Oh Oh, oh, Gott sei Dank Boah, das Spiel ist ja, es verlangt alles, ne? Verlangt alles ab Well, well, nice to see a familiar face around here Mr. Cannoli How convenient of you to invite yourself This time You will not escape I ain't going nowhere, pal Now tell me where my pilot is Or there's gonna be pieces of you all over France When I'm done Bin ich klein, oder warum? Italiener Italiener Warum nennen die mich immer klein? Äh, weil du Italiener bist Er sieht eigentlich relativ groß aus Oh, die Mucke Kreis regelt alleine hier oben, ne? Ja, ne, ich geb nur die ganze Zeit Hab ja auch den kleinen Fritz da unten erledigt Der klein... Was ist das für ein U-Moot da? Oh, 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 oh Er schützt uns heu? Ja, es geht durchs heu Mit der Luga Mit der Luga Obwohl, das ist keine... Doch, es ist eine Luga, aber Sie ist doch gar nicht so Single-Shot Also, so, dass sie Super-Kross ist Boah, oh, oh Uh D-diri-Diri-Nazi-Party D-diri-Diri-Diri-Diri D-diri-Diri-Nazi-Party D-diri-Diri-Nazi-Party Komm, Hirn, alter der Raketenwerfer Der Granatwerfer dauert so lange zum Nachfüllen hier was hat er überhaupt hier für eine Angstblase der Dude oh da hat eine Nudelbox mir in den Mund geworfen hat sie mir direkt in den Mund geworfen oh oh was Schnitzel Vorsicht dem Choir auf die Schnitzel Piotr oder was hat er gerufen Piotr, Piotr, das Schnitzel das Spitzel das Sprechel wow zack hier mit der Kettensäge reingewirkt Vorsicht twerken Achtung die twerken nicht oh 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 direkt vier Schuss gefressen hier in der Luft was macht der da unten jetzt irgendwie eine Wartungsarbeit ah ja klar ja klar das ist was neues da kommen jetzt wieder Nudelboxen oh man kann die zerschießen was die Nudelboxen ne man kann hier die Raketen wieder da raus das China-Update ja siehste I make you in der Schnitzel Achtung Rockets Zielstuch Rockets Alter das Spiel ist genial man das Spiel ist genial supergeil ich hab noch nen Haufen Raketen hier in meinem Schleuderer oh Alter runter mit der Kugel oh ich bin ins Loch hm hm haha war schnell um Munition geklipst da hui 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 da geht's ja rund 10 Kilometer bayerische Berge alter ey neben seiner Granate ist aber ey der kann aber gut Granaten werfen ja da hinten Au Alter echt jetzt na haha alter im einen hab ich gut mit der mit der Schotty in Heady gegeben ich hab mich selbst gesprengt im Bunker danke für deine Munition wie meine? hab du eben grad deine uuuh oh alter haha ich hab voll den Headshot gegeben ich hab voll den Headshot gegeben richtig krass äh Gamer Bros das Spiel kostet was kostet das 12,99 glaube ich oder so hab ich bezahlt ne oder? 12,99 Moment 12,99 Alter schenken die uns allen mit ihren Granaten und allem oh oh ja aber richtig schenken die guck ich komm hier gar nicht mehr weg ok wir müssen irgendwas machen aaaah 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 the best birthday ever the worst haha so komm ja ja aber so blöd es klingt für einige war's der Geburt der schlechteste Geburtstag ihres Lebens dieser Krieg irgendwer ist garantiert an seinem Geburtstag da draußen irgendwo ee 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 auf dem Schlachtfelde gefallen und hat sich gedacht was für ein beschissener Geburtstag was für ein beschissener Geburtstag nein das ist der german kronen leuchter oh alter ich weiß nicht oh da unten geht's rum da unten geht's rum da unten geht's rum a lot of the noodles i'm dying in the noodlebecken oh ich bin tot hahh ha 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 der da oben ey der hat mit Molotovs geschmissen der kriegt jetzt richtig ins gesicht gebrezelt der steht die ganze zeit hier und fangt die ab Achtung hier schmeckt einer Dekonntgranaten durch ja wie bei Worms alter so habe ich sie bei Worms früher mal besiegt erinnerst du dich noch Achtung! Der Kronleuchter! Alter, er macht einen Double Jump! Ich bin sterben! Hast du es gesehen? Ich wurde irgendwie in der Luft zerlegt. Da oben ist noch eine Nudelbox. Ist das meine Retter? Ah! Da unten ist ein Offizier, Vorsicht! Meine macht immer Honk-Nyk-Nyk! Honk-Nyk-Nyk! Oh, ich weiß gar nicht. Gibt es das Game auch für PS4? Ja. Komm rein, Freund! Von hinten, Offizier! Da muss man ein bisschen boxen. Da liegt ein Gewehr drin oder so. Er hat sich eben gerade... Er hat sich eben gerade irgendwie den Held gelüftet. Oh! Safe spot hier, ey! Können wir sie anlocken? Kommen sie dann? Ah ah! Die sind gerissen. Die sind ganz schön gerissen. Ja dann! Hahaha! Ich hab das halbe Ding schon auseinander genommen hier! Irgendwas treffe ich da hinten. Alter! Warm! Haha! Dankeschön! Der geht mir voll um, sagt er. Was? Das ist Massadrill? Alter, die haben volles Nazi-Baumhaus hier gebaut auf dem Friedhof! Ah, hinter mir! Nazi-Friedhof-Baumhaus! In meinem Nazi-Friedhof-Baumhaus! Da war ich frei und jung! Da kommt ein Eichhörnchen-Verhören! Hahaha! Oh, die Glocke! Alter, Glöckner von Nordrisch-Schwamm! Wem die Stunde schlägt, habe ich bekommen! Ohohoho! Ja, mir anscheinend! Tor! Alter, Bröcken! Alter, ich werde hier so zerrissen! Achtung! Oh, Kettensäge! Boah, hast du gesehen, wie der Nazi gezittert hat? Nein! Zitternats! Ah! Vorsicht, Chivatnaze von unten! In seiner Kanzel! In der Kanzel ist Kraft! In der Kanzeliere! Alter, der macht hier ein Selfie! Der hat ein Selfie gemacht, der Typ da oben! Der hat ein Selfie gemacht! Habt ihr es gesehen, Leute? Ich habe kein Selfie gesehen! Ich kriege gar keine Luft mehr! Der hat ein Selfie gemacht, Alter! Aber mit so einer alten Blitzkamera! Blitzkrieg-Kamera! Der wollte mich nach Auschwitz bringen! Sag ich doch! Bring Sam zu Auschwitz! Alter, die Sau! Hilfe! Wo bin ich? Wo ist Kreis? Ich bin... Was ist denn das? Ich wurde... Ich wurde da hinten genudelboxt! Da ist noch ein Heil-Ding! Hei-Ding? Hei-Ding! Äh, Alter, hier... Dünnschnur! Moment, ich bediene mich hier noch! Oh-oh! No, hier kann man nicht mehr zurück, oder? Ah, Shit! Und da ist noch Munition und alles! Ist ärgerlich jetzt! Vorsicht! Vorsicht! Ach du Heiliger! Ich... Ich konnte nicht gegen alle! Ach du Scheiße! Was ist das hier für ein... Deutscher Stoßtrupp! Ja, ja, krass! Leute regen sich schon wieder auf, dass wir Deutsche töten! Oh! Oh Mann! What the fuck! Das ist... Die haben keine Zugehörigkeit! Das sind... Figuren in dem Spiel! Wozu fällt ist das... Oh, ich bin tot, ich bin tot! Das liegt alles bei dir! Oh, oh, oh! Oh, boah! Geh hoch, geh hoch, geh hoch! Komm, ich höre! Sie stechen mich! Ne, hat einer bei mir gemacht! Boah! Ich bin auch tot! Alter, heftig! Alter, aber der ist direkt ne Ampel da vorne! Der ist direkt die Sicherheitsampel! Hahaha! Aber hier wären geile Subnates bei gewesen in den Ladescreens immer! Mhm! Alter, wie wir sie enthauptet haben! Ja, alle, ne? Aber die ganze Bande! Oh, Alarm! Der hat Alarm, Alarm gerufen! Hahaha! Alter, Destroys hat 2 Euro in Superchat donated! Vielen Dank, Destroys! Ja! Voll krass! Meine, meine YouTube-Einnahmen, weißt du? Hahaha! Wie die Nadel ausgeschlagen ist, weil der Dings ja hier 100 Schweizer Franken donated hat im Superchat! Hast du jetzt schon gesehen? Ja! Das war doch vorgestern! Gestern haben wir nicht gestreamt! Da hab ich geguckt! Dann sind meine Einnahmen echt so schlecht! Hahaha! Hahaha! So, ich grill die jetzt hier einfach alle! Ich stell mich einfach hin und mach ein Barbecue! Alter, Destroys! Natürlich freut mich das! Jede milde Gabe ist eine Gabe, egal in welcher Größe! Ich kann halt noch gar nicht alles sehen, weil ich... Boah! Hast du gesehen, wie ich hochgeflogen bin? Alter! Das muss doch mal aufhören! Das ist doch... What the fuck? Es nimmt kein Ende! Es nimmt kein Ende! Irgendwer schießt von draußen mit Mörsern hier rein! Hör auf! Hahaha! Ich hab eben einen Baseballknüppel! Nein! 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 Der Mann ist harzsüchtig nach Nudeln! Hahaha! Okay, und jetzt hier rein! Bunkerbombe! Ach so, es ist keiner mehr! Nachdem er alle Nudeln in West Jersey gegessen hat, ist er nach Deutschland, um dort die letzten Nudelvorräte den Nazis abzuknöpfen! West Germany? West Jersey! Ey, der kann hier reinschießen in den Bunker? Nee! Also nur wenn er offen ist! Alter, er hat mich gebunkert! Boah! Oh! Zerfetzt! Alter, aber wie! Der dreht voll durch! Der dreht richtig am Rad! Der dreht richtig am Rad! Oh! Destroy's gleich nochmal! Vielen, vielen Dank! Nein! Da vorne ist super viel! Ja, ich weiß! Ich mach hier super viel und dann... Tack! Jetzt kam erst das Donation-Geräusch von Destroy's! Hey, look! It's Napoleon blown apart! Kannst du den Mörser da oben drehen? It's Napoleon blown apart! Nee, kann man nicht drehen. Hab ich schon vorhin versucht. Alter! Was ist denn hier? Oh! Uh... Heftig! absolut heftig achte oh gott da kommen das wieder da zwei stück wo sind die hergekommen alter hätten sich ist jetzt die musik fetter typ mit der tuba im bunker den wir jetzt abknallen müssen oder bisschen russisch wo er oder tut alter 10 euro in der place schon wieder ich hab gerade schon mal 10 reingedrückt aber der kam anscheinlich an schade ja vielleicht gab es da gerade eine kleine störung das sind richtig viele nazis ooooh der uniform der uniform ist coming alter warum sind auch noch welche geschießen sogar raus die musik ooooh nice rull flinte zack alter Mach den da kaputt! Helfie! Na, hast du gesehen? Das ist der Helfie geschossen! Ich hab' gesagt, die machen Selfies, die Nazis. Nazi-Läger hab' ich eben grade bekommen als Erfolg. Alter, ich fress hier die ganze Zeit Damage, wie blöder. Oh, Dick. Hä? Echt jetzt? Der hängt ja voll in der Bunkertür. Oh, oh, oh! Was ist denn hier los? Haben wir eigentlich auch Granaten irgendwie oder sowas? Ne, Raketenwerfer halt und Granatwerfer. Oh Mann, 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 Mann. Läuft, Alter. Läuft hart, sag' ich dir. Oh! I'm the Undertaker and your box is ready Er ist der Undertaker? Er ist der Undertaker und ich weiß, wann man in Ruhestand muss Pass auf die V2's auf hier Schnell Achtung, wird der eine gebrutzelt? Er rennt hier voll durch Der Marshmallow Man Hey, easy pal, easy What a noodle What a noodle Cannoli Cannoli, Alter Makes me feel alright, Alter Boah, das MG42, Junge Voll fett, ne? Aber alt, Alter Nicht ganz am Anfang Ja, nur weil ich's halt grad in der Hand hatte Und es so geil funktioniert hat Oh, bei mir kommt noch voll die Welle Ja, ich bin ja auch in der Welle Oh Kämpft ihr auf drei Etagen? Oh no, der hat ja auch noch was hier zu melden Na Uh, ich hab nichts mehr Alter, die Offizierer mir voll eingeschenkt hier oben Ich bin Generell gut eingeschenkt Ja, die schenken richtig ein Die geizen nicht, die Nazis mit ihrem Nazi-Bein Mit ihren Nazi-Reizen? Ich geizen mit Nazi-Reizen Ich Pokémon wäre, wie ich dachte Mythos auf Milch wäre ein Gift-Pokémon Ja, das stimmt allerdings Das stimmt Die Milch-Debatte eskaliert Erstmal ne Giftschnitte gegessen Heute und dann Alter Boah, Alter Der da unten ist heftig Richtiger Nazi Alter Von hinten und vorne Raketenwerfer Ich bin down Hier oben eskaliert's voll Die haben voll Mett durch den Schacht gepumpt Also ich hab die alle erledigt Ganz easy Ich hab hier so den ganzen Kanal schon ausgeräuchert Achtung Oh Alter, der gerade aus ins Gesicht Ey, ohne Quest Da waren zwei oder drei da oben Wir gucken, was hier ist Hier ist doch was Geiles Oh, Munition, Alter, richtig gut Du sag mal Alter, ein totes Kaninchen Kann man das werfen? Na, guck dir das mal an Das ist riesengroß Und hat eine Glocke Easter Egg, oder? Moment, wieviel komme ich denn da hoch? Alter Jetzt, ich bin oben Ja, richtig krass Wo siehst du denn da ein totes Kaninchen? Ja, ja, komm What the fuck? What the fuck? Die Nazis haben den Osterhasen getötet Die Nazis haben den Osterhasen umgebracht Oh mein Gott Heftigst Die schrecken von nichts zurück, ne? Achtung Wow Achtung, Achtung, Achtung Ahaha Jetzt hasse ich die Nazis noch mehr Ich hab sie ja schon gehasst 300 Meter zu den bayerischen Bergen Was ist das hier eigentlich? Da braucht man irgendwie Spezialmunition Ach, hier drüben Dann steht auch da vorne Muss man die einzeln schleppen, oder was? Oh, boom Und diese Eising auf der Schnitzel hab ich gemacht Oh, da kannst du Statue zerdudeln Da kommen welche Hä? Achtung Enthauptet Oh Oh, das Auto Ja, aber Da hinterher kommen So hinter den Blumendingen Da ist noch einer Napoleon, oh Oh, Napoleon Bonaparte Bonaparte Eh, Bonaparte It's a car Oh, oh, oh It's a Bonacar Mit Schiebern drin Schiebermütze Oben Oh, oh Oh, oh Alter, was ist hier schon wieder los? Wie viele Leute sind in diesem kleinen Bauernhäuschen? Naja Aber schöner Baustil Tu mir mal eben Cannellonis Alter, alter Oh, what the Hallo, Bergul Der Bergul ist da Oh, oh, oh Oh, ich hab voll wenig Ich hab voll wenig Ich hab noch ein Furz an Leben Da oben Besorg uns ne Kugel, ey Und dann, wo schießen wir dann hin? Da unten rein In die In die Kanüss Hitler, wir sind da Alter, du schießt jetzt nicht auf mich Noch mal durchgefickt Noch mal durch Nö, ist nix mehr Ha 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 Vinnie? You still running around? You two-faced bastard I know what you did Yeah, well The man's gotta do What he's gotta do To make a living, right? They paid me a lot of dough To get you here alive I hope you got to enjoy Every penny of it, Joe Cause the hammer goes down Right now I hope you got armor, Vinnie Cause I got tons of it Okay Kranker Typ Jetzt Mafia gegen Mafia, oder was? Klar, natürlich Am Ende war es immer Mafia gegen Mafia Mafia Mechanic gegen Mafia Mechanic Oh! Der hat nen deutschen Panzer Und Spaghetti Sauce, hat er gesagt Not in the face Ey, das erinnert mich total an Metal Slug Ja, ja Was ist das? IS Army Was? IS Army? Was ist dann IS Army? Ne, US Army Okay Die nutzen dieselben Waffen Das ist hier kein Unterschied Die beam Alter, hat mich getroffen Wie? Boom, Alter Wie mit dem Raketen Ich hab's nur gemietet bei Goebbels, Alter, der Tank Hat er gesagt Rented Tank, ey Oh klar, jetzt hat er noch ein Doppelleben Jetzt hat er Doppel-HP-Falten Ey, wir machen ihm gar keinen Schaden Kann das sein? Im Moment ist er am Touchable Ah, wir müssen da hoch Oh, er ist untouchable Untouchable Ich brauch mehr Munition, Bruder Kann ich zielen Alter, er geht zu Branddinger hier rein Alter, ich kacke ab, Junge Oh, boah Oh mein Gott, der wird heftig Ich dachte man von der Strecke locker, aber jetzt denke ich mir Alter, er geht da rein Wo kriegen wir Munition her? Weiß auch nicht Wahrscheinlich die Pakete hier zersenken Alter, ich bin tot Heftigster Dude Heftigster Dude Heftig Absolut Heftig Absolut Lugi Style Alter, komm schon Lugi Style Wo gibt's Munition? Ich meine, kriegen wir irgendwann Munition aus so einer Kischt oder? Ich weiß nicht Ich hoffe es eigentlich die ganze Zeit Ich hab mich schon wieder überfahren Ich hab eben gerade geguckt, ob da hinten Munition ist, aber Du hast Munition, du hast Munition Du hattest Munition, wo ist die Munition, die du hattest? Ich hab Munition? Ja, du hast eben gerade bei mir Munition hinflossen Nein, hab ich nicht Achtung, ich hab eins, ich hab eins Aber jetzt burnt er hier die Bude wieder weg Jetzt hab ich auch wieder eins, warum? Aber er burnt die Bude Und ich hab null HP, ey Ich geh jetzt rein und schieß Nein, ich hab daneben geschossen, weil er so nah nach vorne ist Schnell rein, bevor er die Branddinger reinschleudert Ey, ich kann gar nicht das Ding bewegen hier Ey, das ist so ätzend Nein, abgefackelt, volle Möhre Was? Der hat doch nicht alle Nudeln im Seier Achtung, der fährt gleich mit seinem Panzer raus und rampt uns, ne? Er macht einen Ramrod Ramrod Warum ist der so blöd? Mach dich den Deckel zu Ich hab ihn gleich schon niedergeschossen mit meinem MG, Alter Aber ich geb ihn mir hier mit den Raketen die ganze Zeit noch Hartnett Oh shit Das war jetzt doof Komm schon Boom, Alter Hab ich ihn doch So, schnell hier rein und ein Schuss Schieß Schieß Was daneben, Alter? Das Ding hält nicht still oder so Er hat ihn getroffen Aber er macht diese Branddinger hier und er verliert übelst Leben Da ist noch ein Schuss Da ist noch ein Schuss Oh komm, Alter, was hat der denn für Sniper-Schüsse hier gerade? Warte noch, jetzt Gut, 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 gut Achtung, er macht diese Branddinger rein Ach shit, ey Vorsicht, Vorsicht, jetzt wieder Haben ihn getroffen, raus, 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 er macht die Branddinger Was ihm kein Damage, wenn du drauf schießt Vorsicht Er will das zerstören oder wie? Dieser Pastor Er hat es zerstört Er hat es kaputt gemacht Oh Na ja, nur abwarten, ne Du darfst schießen oder was? Das ist auch nicht Ganz dimensional? Mit der Schaden? Ja, in dem Schaden, glaube ich Ja Achtung, er wird diese Brandminen Oh What the Fucking asshole Einfach draufhalten jetzt, ne? Ja Brandmine, Achtung Munition kommt da genug vom Himmel Achtung Oh, er hat mich wieder Alter, wie er mich da hochschießt Vorsicht, Kreis Oh Okay, wir haben ihn, oder? Aha, Junge, der hat noch einiges Nee, hier Yeah Nice, Alter, nice Der war ein echt harter Bastard Fand ich jetzt auch Ziemlich wies Bruder Wie der abgeht Da kamen die Rosinenbomber Hat der eine Kugel im Schwanz? Weiß nicht Piercing Ich habe nichts Das ist dein Blut, Vinny Er braucht dein Blut Er braucht dein Blut um eine Antidote für das Zoffe er wird zu erzeugen Nach dem Thugtown Die Regierung hat ein Report das Stated du war Immune zu der Zoffe Poison Du survived weil du nicht Oh, ho, Goodwin, Joe How about if I stuff your face with an 88 cell Korea-Style Alter, das war Korea-Style Das war schon echt Korea-Style, Alter Oh, riesige Ratten Jetzt kann man noch ratten? Nicht im Ernst Da kommt der Ach, du Scheiße Alter, die Pestzone Ja, we had a good time so far Uh, uh, uh Boah, was ist das denn? Alter, diese Experimente, die die Nazis machen, ne? Die führen immer nur zu sowas Ich bin hier gefangen Tritt ihn auf B Den kannst du nicht treten Das ist ein Schwabe Oh, noch ein Stub Oh, noch, Alter Alter, hier kommen so Raketen Oh, der hat mich zerlegt mit seinen Raketen Aber ich hätte sich drauf vorbereitet Ach, dem einen hängt der Kiefer voll locker da unten Ich hab nichts, Alter Ich hab nichts Oh, Gott sei Dank Alter, heftigst Aber ich hab auch noch keine, keine Lohnung Oh Bist du tot? Ja, die haben ja den Hinterhalt Ambush, Alter Alter Echt jetzt? Bist du wieder da? Nimm einen Granatwerfer. Wer ist er denn? Oh Mist, ich muss nachladen, warte. It's only a flash wound. Oh da! Achtung, eine Ratte hinter dir. Egal, es kann er loben. Eine Ratte vor uns. Alter, die Ratten sind aber auch dreckig. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Äh. Ach du, eine Rakete. Wo kam die noch her? Woah! Alter, weiß das Splinter? Gib ihm. Flitter ist durchgedreht. Alter, hier ist so eine Krippe gegöffelt. Göffel ihn in die Höhle zurück. Was für ein Hardcore-Spiel ist das? Nehmen wir oben so Nazi-Raketen. Das ist voll heftig, Mann. Noch mehr Nazi-Raketen. Der dicke... Kriegst die Raketen da oben runter. Ich will ja. Ich will ja. Lass mal ran da. Sieh, Enemy. Oh, heftigste Spiele. Da, 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 da. Meister Splinter. From behind. Hier, Munition sparen. Ei, ei. Ei, ei. Wow. Wow. Erstmal ihm eins mitgegeben. No, it's down, it's down, it's down. Er hat sich, glaube ich, selbst irgendwie da... ...da hinten zerlegt. Ne, ne, ich hab Granaten reingeworfen. Was? Oh, oh. Da reingefeuert. Boah, ich bin gerade voll drin in der Mafia-Matrix, sag ich dir. In der Mat... ... ... ... ... ... ... ... Maftrix? 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 In der Mav-Trix? Ich hab' noch ein paar Ratten hier verfolgt. Na, ich hab' da auf jeden Fall einen Typen niedergestreckelt. Wo müssen wir denn langen? Und da oben sind Dudes drin. Ich glaube, wir müssen hier einmal durch den Bunker. Ah, warte mal hier. Ich mach mal auf. Oh, nein. Ich hab' zu oft Leertaste gedrückt. Mein Spiel ist abgeschmiert. Wie, warum? Ich hab's... ...zwei Mal Leertaste bedeutet... ...gleich Spielschmiert ab. Shit. Ich wurde gesägt. Bist du noch drin? Ja, bei mir lebst du auch noch. Ne, mein Spiel ist abgeschmiert. Zwei Mal Leertaste. Die Verbindung zum Spiel wurde unterbrochen. Warte, ich starte es. What the... Heftig. 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 Die Nazis im E-Walk-Wald. Aber die E-Walks haben das Imperium besiegt. Sie werden die Nazis auch besiegen. Okay. Oh, warte. Lobby erstellen. Man darf nicht Leertaste spammen. Da schmiert's Spiel ab. Leertaste nicht springen? Ich mein' Shift-Shift-Spam. Achso. Hab ich eingeladen. Als hätte ich einen anderen Charakter. Oh, ich hab' auch einen anderen Charakter. Ich bin Winnie. Original Win. Haben wir so unsere Waffen? Ja, aber keine Munition. Also doch ein bisschen halt. Ja, müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen hoch schlafen hier. Bei den Ratten. In den Zirkus. Menschen. Oh, der Zirkus. Zirkuswanderhot. Wir sind wieder in der Stadt. Zirkuswanderhot. Wann der Hut? Wann der Hut? Was ist denn du? Hier. Das mag er nicht, ne? Nee, das mag er nicht. Wenn beide rein, das mag er nicht. Hä? Oh, oh. Ich denk' ich einfach hier ans Loch hin und seh' ich sie weg. Warte, warte, warte. Wenn wir schön reinfegen können jetzt mit einer Nade. Alter, was haben die hier von verschlagt? Ja, ne? Ich geh' einfach mal rein und trete. Achtung, hier ist noch ne Ratte. Bei mir macht er immer so'n Deep Throat, wenn er sich die Kanonis reinfegt. Ach du Scheiße. Pass auf seine Raketis auf, jawoll. Sein Gesicht ist abgefallen. Huch, Mama. Sein Gesicht ist abgefallen. Mama. Ich hab Mr. Bubbles mit kochendem Wasser übergossen. Jetzt ist sein Gesicht abgefallen. Hä? Was ist denn Mr. Bubbles eigentlich? Ich weiß nicht, aber wir können bald einen kaufen. Hä? Hä? Kaufst du dir einen? Was, wenn's so einen gibt? Ja. Dann gießt du ihn in weißem Wasser? Hä? Oh, ey. Der war aber Hardcore hier. Die Raketen schießen selbst auf die Ratten. Alter, der hat aber Wut-Munition gepressen. Boom, Alter, boom. Ist ja wie Fortnite hier, Bullet Jump. Bullet Jump? Ich geh mit dem Base hier ran. Kommt her. Hi, Weet Fox. Kommt her. Kommt her. Oh fuck, da oben. Schieß da oben, schieß da oben. Kommt die Kugeln wieder an? Ja, ja. Schieß weiter, 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 weiter. Weiter hoch, weiter hoch. Jo, jo, ist tot. Boah, ha 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 ha. Kommt da voll runtergepurzelt. Oh Mann, ich hätte voll gerne mal wieder hier. Ich hätte voll gerne mal wieder Shotgun, Moni. Da, wo komm ich doch, welcher? Au! Alter, du hast voll die Klimaanlage auf mich drauf. Und dann bin ich in den Ventilator getreten. Keine Sorge, hier unten gibt's Nudlees. Alter, hier ist der Verbrennungsofen der Nazis. Haha! Ich wurde erschossen. Warte, bis du wieder Resport von Kaltens. No, 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 no. Hä, wo bin ich da auf einmal und wo sind diese Nudlees? Das ist ein Laufband. Nein, da kommt man leider nicht durch. Wo muss ich hin? Muss man hier oben irgendwas deaktivieren? Weiß nicht, hier ist auf jeden Fall so ein Safe-Spot-Ding. Das Safe-Spot-Ding ist ja schon immer ganz gut. Komm da unten rein? Ne, da ist man tot. Da unten geht's weiter. Irgendwo muss man das deaktivieren können. Kann man das... Schmeiß mal eine Granate auf die Ventilatoren. Warte. Kann ich es nicht kaputt schießen? Klar kann man das kaputt schießen. Das hat ein HP-Balken. Oh, mach's denn. Der ist da oben. Der meinte, die... Die... Den Mixer da unten. Ja, aber... Oh. Wir müssen wahrscheinlich oben rum. Und das Ding dann abdrehen da. Alter, da unten geht's noch voll weit. Also wir müssen... Deswegen. Ich wurde durch den Mixer gemixt. Aber du musst da oben das... Oh, scheiße. Du musst da oben das Ding erst kaputt machen. Den Flammenwerfer. Ja, wie? Ich weiß, warum bist du da? Bist ja... Das weiß ich auch. Wir sind so viele. Da ist gar keiner. Jetzt. Ja, da vorne. Da sind deine Bunkerfreunden. Tot. Da hinten hängt sogar noch einer. Ah, Kreis regelt. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh, Kreis bringt sich selber um. Ah, 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 ah. Oh nein, nicht wieder in den Mixer. Oh, oh Gott. Oh. Ich habe ja ganz schön so lange auf die Klöcher und bis er stirbt. Nazi sind nicht besonders fit, ne, was Laufbänder angeht. Nee, waren sie nie. Sind sie auch bekannt für. Die natürliche Schwäche von Nazis. Laufbänder. Nein. Oh, dreckiges Laufband. Ich bin wohl auch einer von ihnen. Äh, Kreis. Was war denn das eben gerade? No. Doktor Nazi. Warum kann ich das hier nicht drücken? Doktor Nazi. Ich bin gestorben. Ich war kurz davor. Habe ich das jetzt schon gedrückt? Was ist los? Hä, was war denn das? Du bist noch da. Nein. Ich bin rausgeflogen. Ja, deswegen konnte ich auch nichts drücken. Bist du noch drin? Ja. Kannst du mir beitreten? Oder nur auf Einladung? Warte mal. Ähm... Ja, nur auf Einladung. Nein. Oh Gott. Ich kann dich nicht einladen. Hm. Shit. Ich konnte an dem Rad nämlich gar nicht drehen, weil das Bild ist irgendwie stehen geblieben. Nein, wir sind wieder im Wald, oder wie? Tarek ST. Und zwei Euro. Dankeschön, Tarek. Alter. Predator geht schlafen. Online spielen. Spiel hosten. Der Wald Lobby erstellen. Ich würde es jetzt noch durchspielen. Kommt da noch viel, oder was? Ne, glaube ich nicht. Ist drin, ja, ne? Jop. Fuck, jetzt sind wir wieder bei dem Wald. Ich glaube, das ist jetzt die letzte, last stage. Sonst wäre es echt ein großes Spiel. Sonst wäre es echt ein großes Spiel. Ey, aber hier liegen schon irgendwie zerlegte ein paar, ne? Ja, aber das bricht ja doch eh gleich raus. Ah ja. Stimmt. Guten Morgen, Nazi-Wald. Lalalalalalalalalala. Morgen in Nazi-Nazi-Wald. Ah. Verbrannte Haut am Morgen. Bist du jetzt auch immer Bernadette? Ich bin Bernadette, ne? Ja, einfach mal ein bisschen das. Das mag er nicht. Mag er nicht. Direkt ins Pippi-Loch da mit rein schießt. Alter, diese kratzenden Bieste. Das ist ne Frau, Kies. Und das ist nicht nett, dass du sowas sagst. Das ist heute am Weltfrauentag. Ist heute wirklich Weltfrauentag? Glaube ja. Unnötigster Tag der Welt. Oder? Oder war der gestern? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mein Gehirn ist leider ein bisschen durcheinander. Die Tage sind immer so lang, dass ich nicht mehr weiß, wann eigentlich heute und gestern ist. Was ist denn gestern? Vorsicht, Rakete, sie ist hinter dir her. Ich will dich locker lassen. Aua. Ihhh, die spuckt mit ihrem alten Widerkaukäse. 200.000 Gegner getötet. Bei 100.000. Mindestens. Müssen wir einfach mal ne Waffe wechseln, dann wird das viel einfacher, das Spiel. So. Oh oh. Oh oh. Jetzt wird's aber sluggish. Ja, aber wenn du einmal drunter weg bist. Ja, aber die sind ja Zielsuche, deswegen ist ja kurz, rotz, piep. Er hat sich die Ohren zugehalten, dass ich auf ihn geschossen hab. Sag ich doch, ist heute. Genau, heute war's. Alter, da war noch einer im Banker. Hab heute in der Gruppe noch drüber geschrieben, heute Morgen. Ah, helf mir doch! Ja, da war noch einer im Banker drin. Hinter uns, hinter uns, hinter uns! Ist noch einer im... Ja, der hat sich da im Tank versteckt. Ja, im Tank. Hitler hat immer Tanks gesagt. Alle tot da oben, oder kommt da noch was nach? Also hier seh' ich jetzt grad nix besonderes. Da so'n Offizier. So, einer muss ja einmal oben lang gehen, damit wir... ...Dinger freischalten können. Oh Gott, ich schlag' dir mit dem Knüppel, Alter! Ja, ich hab' ja nicht aufgepasst. Oh, oh! Drecks! Alter! Finde ich ja ohne... ...Dreck! Oh! Ich knüppel die jetzt einfach nur noch. Da musst du halt meine Waffen wechseln hier. Achtung! Wo kommt die denn? Everyone, to the Battlestations! Jawoll! Achtung, Achtung, oh, bei mir geht's noch rund. Ab in den Grinder mit dir, du Bitch! Woah, woah, woah! Oh, Nudel! Es ging die ganze Zeit um ne Nudelbox, ich hab's gewusst. Alter, was hat der denn da im Hoden stecken? Okay, Grindr ist auch bis da unten. Es ging die ganze Zeit um meine Nudelbox. Nudelbox. Was macht denn der Nudel-Mett? Behackt es, halb und halb. Boah! Achtung, Splinter, Splinter! Aber mehrere, es ist nicht der einzige hier. Alter, er macht ja voll den Rattensprung. Habt ihr da voll in die Flamme geschossen? Ab rein! Haha! Meister Splinter, ein Pirat! Ich glaub, da war grad echt ein Pirat. Nein, da war keiner. Ich glaub, da war echt ein Piraten-Zombie. Okay, ich dachte, eigentlich kann ich da durch, aber kann ich nicht. Nö, irgendwas fehlt. Vielleicht da oben irgendwas locker schießen? Oder hier. Was ist hier? Was haben wir übersehen? Irgendwas fehlt. Oh! Da kam noch einer raus. Ich frag mich halt, ob man das... Man da durch? Nee, ne? Man geht ganz knapp, aber... Ah, Killer Smoky holst du noch mir. Ah, okay. Jetzt explodiert's da, und... Vorsicht, der Tank da draußen explodiert! Ich fliege! Hahaha! Oh, ey, was geht denn hier vor sich? Ah, Cannolis makes me horny! Was hab ich gesagt? Ah, Cannolis! Ah, Cannolis! Ah, Cannolis! Alter, komm schon! Der kommt hier nicht raus bei mir! Pfff! Na! Hahaha! Pfff! Was sind das eigentlich für Dinger? Ist das Ratten mutiert, oder? Keine Ahnung, aber die kommen aus Zirkuswagen. Belgischer Zirkusleut? Also irgendeine Nazi-Zirkusgeschichte. Irgendeine Nazi-Zirkusgeschichte, ja. So war das damals. Hast du das Geiles gefunden, ja? Ja, Heilung. Pfff! 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 Oh! Pfff! 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 Gut, dass ich da Heilung gefunden hab! Pfff! Pfff! Ich hab nichts, Alter! Jetzt haben wir nichts! Pfff! Jetzt haben wir nichts! Vom Nazi-Baumhaus gefallen! Aber wer denkt auch an diesen dämlichen Fallschaden immer! Gell? Man ist die ganze Zeit am hüpfen und... Ich bin tot! Ich bin tot! Bringen! Oh-oh! Oh! Hahaha! Cannolis! Oh, Mann! Da haben sie mir voll in den Haxen geschossen! I say no to Cannoli! Äh, Cannoli! Was macht der denn da? Oh, da oben... Der macht den Nazi-Shuffle, der da oben! Hast du gesehen? Ja, ja! Ich hab reingeschuffelt! Wer macht eiskalt hier den Nazi-Shuffle, der Typ! Da kommen doch alle raus aus dem Loch, ne? Jaja, einer... Einer rutscht immer nach! Ha! Der hängt da irgendwie... äh... ...drin noch! In den Darm binden! Okay, ich weiß, wo's ganz viel HP gibt, Alter! Da oben im Nazi-Wald! Nazi-Baumhaus, da hab ich Nüsse vergraben! Hahaha! Im Nazi-Baumhaus, da springen alle Kinder! Oh, oh! Oh! Bam! Na komm, geh kaputt! Geh kaputt! Aua! Okay, Vorsicht! Mythos of Mu schreibt Mu! Oh! Oh, mag er nicht, ne? Wenn man drauf fällt, mag er nicht! Oh, oh! Ich muss nachladen! Ey, das ist ja durch ihn durch! Oh! Achtung! Na, komm, echtes! So, sauber pulverisiert die scheiß Nazi-Bande! Oh! Oh! Nicht runterfallen, Alter! Oho, Alter! Zack! Yay! Ich hatte meine Ahnung! Nein! Nein! Die Waffe, die ich grad benutze, voll blöde! Alter, ich hab ihm ne Close Line gegeben im Raketenwerfer! Das ist your position. Das ist your position. No. Riffst du? Ja, er ist tot. Nein, er lebt noch. Jetzt ist er tot. Jetzt. Darum schon sagt man, dass das Level vorbei ist, ja? Hier ist Dark Dons Testfaculty gewesen, Alter. Ah, Dark Don, Alter, wir sind da. Was? Dark Don. Ihr steht doch da auf dem Schild. Der Oberschurk ist Dark Don. Dark Don. Dark Don. Die dunkle Don. Dark Don. In jedem Hitlerbuch drin. Natürlich, der war eigentlich der Böse. Mein Kampf hat er das erwähnt. Dark Don war eigentlich der Böse. Dark Don. Alter, was waren das eben gerade? Die Nazi-Turbine? Ja, ne? Ey, der Nazi-Sauger, Alter. Der Nazi-Sauger Futura. Hier steht einer auf jonglierten Planeten. Nein, der Nazi-Sauger Futura. Was hat er gesagt? Irgendwas erlebt in Kommandos oder so? Ein Uniform, oder? Ich bin... Ich wurde... Gehack... Gehackstüppelt. Der hat mich noch eingesaugt. Oh nein! 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 Oh! Ein Fehler und du bist RIP. Und ich bin weg. Alle in den Metzger werfen. Alle in den Metzger werfen. In den... Bixer treten. Achtung, Volcano. Oh, das sieht doch nach nem... Oh, oh. Sieht ganz schön beschissen nach nem Endgegner aus hier. Oh no. Oh no, Alter. Boah, was? Alter! Der hat mich... JJ Abrahams hat er mich. JJ Abrahams. Alter! Ich fall hier runter und das sind voll viele Sachen. Uh! Eins ist down, oder? Beide down, oder? Ja, aber da ist noch so ein dicker Boy. Aua! Du hast mich gesprengt. Kann ich nicht. Doch, ich wurde aber gesprengt. Oh, 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 oh! No! Zu Glück bist du da. Jetzt wird alles besser. Ja, zu Glück. Alter, hab ich da runter gemassen. Sie suchen Raketen. Hey, den ganzen Berg nochmal klettern, oder was? Oh! Ey, mit diesen Raketen, das geht mir auf den Sack, Chantal! Chantal! Chantalone! 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 alle machen mit Zwei und zwei macht viel. Zwei und zwei macht viel. Alle machen mit. Das ist ein fieser Saug, ne? Okay, die werden hier alle... Ach don, darf don. Kommt das gleich? Was? Ich wurde jetzt schon gedarft on. Und ich rutsche die Mine runter. Es geht endlos nach unten. Alter, da unten ist ein roter Balloon. Da ist wirklich ein kleiner Balloon. Ich hab ihn schon so hart gegeben. Alter, Vorsicht, der schießt dahin! Nein! Ich hab ihn, ich hab ihn. Aber jetzt kommt gleich der nächste Dude. Achtung, jetzt kommt gleich der nächste Dude. Aber der hat ihn. Oh Mist, da liegt Munition auf die Säbel hier. Nein! Ich hab den Säbel geküsst. Sei vorsichtig, da unten ist der Dude. Und massiert den Säbel. Aber wie komm ich denn? Ist er wieder da? Moment, Moment, noch nicht. Ich will eigentlich da rein. Jetzt bin ich wieder da. Oh. Tech Spot. Bisschen Cannoli. Richtig nice. Nice, 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 nice. Oh! Boah, shit. Hier ist ein Dude. Und der will mich richtig hart rannehmen. Oh, shit. Opa-Liver-0-0-0. Greif stinkt, aber ist cool. Na, stimmt. Tja, so ist das. Ich wurde übrigens gemackt... Gemackt? Gemackt wurde ich zu einem Bagger verarbeitet. Wo ist der? Wo ist der? Oh, da gibt's auch wieder einen Viererschub. Den Hebel bedient? Ja. Okay. Oh nein, ey. Runter, runter, Alter, runter. Die Skaben kommen. Ah, die können spucken, die Großen. Ja, die spucken alten Käse. Aber Ratten schreien wie Menschen. Es waren vielleicht mal Menschen davor. Es waren mal Splinter. Was ist, wenn ich jetzt hier... Oh, Alter, hatte ich Glück. Boah, ich hab mir noch hier die Cannoli geholt. Schnoli. Schnoli, Alter. Nächster geht's weiter. Dunkel. Auf jeden Fall ein roter Balloon. Ey, hier ist ein Mops auf dem Laufband. Wieso? Der treibt die ganze Anlage an. Ja! Ist so. Ich rutsche hier grad nach unten. Ich bin tot. Nicht nach unten rutschen. Oh nein, ich bin nach unten gerutscht. RIP. RIP rum. Hä? Hm. Der Mops war's. Aber... Aber... Ja gut, aber hier ist ja safe spot. Nice. Voll HP. Ich dachte, wir kommen jetzt. Bam! Hä? War ja nicht so ein großer Typ drin eigentlich? Eigentlich schon. Nein, nein, nein! Er schiebt mich da rein. 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 Muss sie hier den machen. Uh! Huah! Hurra! 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 Ja, die schreien Hurra. Hat man doch. Ist Miss Katrin schon im Bett? Immer noch nicht. Ah, das gibt's nicht. Dann jetzt aber schnell! Ich hab gehört, die müssen ins Bett. Okay, jetzt kommt der Laufband-Mops. Was? Dann? Wenn du dann den Hebel ziehst? Wohin dann? Dann nicht runterspringen, oder was? Er hört jetzt auf und gibt dir als Belohnung ne Waffe. Dann kannst du hier nur runter. Okay, warte. Ich spring jetzt runter. Vielleicht darfst du nichts berühren, weißt du? Ja, du darfst nichts berühren. Du musst perfekt fliegen. Und bist tot. Vielleicht musst du den Ballon berühren. Warte, bis ich wieder da bin. Du darfst schon mal nirgends wo anecken. Ah, ich weiß, was du machen musst. Wahrscheinlich unten ein Double Jump. Warte, ich fall nochmal. Nein, du darfst echt nichts berühren, dann bist du direkt RIP. Ich glaub, unten dann ein Double Jump zum Balloon. Du nimmst übrigens die ganze Zeit meine Energie, ne? Für deine Jump-Versuche. So, jetzt zeig ich dir, wie das geht. Mach einen Double Jump unten. Er hat nichts gebracht. Den Ballon erreichen. Oder den Ballon abschießen. Ja, und dann? Konfetti. Hä? Hm. Aber der Ballon hat doch bestimmt ne Bedeutung. Ist es Es? Ich sag auch immer Es. Warte. Jetzt bin ich schon. Schießt auf den Ballon? Nein! Also, du kannst auch nicht jumpen, wenn du unten bist. Ja, sag ich ja. Das ist ne Anspielung of it, oder? Hä? Wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwie so in der Twilight. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich war in der Twilight Zone. Ich bin auch irgendwie tot. Boom. Ne Boom. Boom. Achtung, ist das ich nicht Hitler? Von oben kommen Nazis. Überall. Einfach hier runter gehen und alles abfackeln. Boah! Alter! Da kommt noch einer. Der Hauptmann kommt noch einer? Der Hauptmann kommt noch einer. Ah, okay. Geldi. Geldi. Warum weiß Geldi wieder alles? Wie? Wie? Hier, fertig. Echt? Warte mal, dann will ich aber noch den Mobs streicheln. Den lassen wir doch nicht zurück, oder? Aber das ist trotzdem diese It-Anspielung. Dankeschön. Der Mobs hat mir eben noch gerade ein Leckerli zugeworfen. Jetzt hast du halt nicht das Brecky, ne? Ne. Naja. Danke, Geldahnung. Hahaha. Der hat ja schon durchgesteckt. Der kauft sich jedes Spiel, das wir besitzen und spielt es durch, oder? Ja, wahrscheinlich. Anders kann ich mir das alles nicht erklären. Hahaha. Alter, einer dieser Zombies hat da vorne eine Knarre. Gelldi ist ein Retro-Freund. Der spielt Spiele, die älter sind als er. Ja. Ist doch nicht schwer. Wie alt ist Roman? 4? Haha. Roman 4? Hä? Ach, nö. Ne, was ist das denn? Nö, 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 nö. Greis. Es liegt alles bei dir. Komplett Matsche, Alter. Nice. Nice. Guck mal nach, Dr. Yes. Nice. Ah, hier war ein Checkpoint. Warte, warte. Der laufende Mobs. Bobs ist ein Easter Egg. Bestimmt eine Anspielung auf Kingsman. Haha. Renn, 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 renn. Du musst jetzt schon rennen. Boah. Alter. Ey, und dann wirst du ja noch mit Käse bespuckt. Zum Dank, oder was? Ich krieg dir alles da rein, ey. Alter. Ah, cannoli. Ah, cannoli. Alter, wir sind doch gleich in seinem Büro. Warum arbeiten jetzt eigentlich Nazis und Mafiosi und Ratten und so? Alles, alle arbeiten zusammen, ey. Hä? Weil die Patchwork Family. Haha. Der eine gönstlich eine Pizza. Ja, ja. Billy Weisshaar eben gerade. Billy Weisshaar? Hä? Nein, 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 nein. Lass mich durch. Oh, ich wurde. Alarm, Alarm. Alter. Das, 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 das German Engineering Team. The German Engineering Team. Macht ihr denn alle hier? Nein. Der macht hier die ganze Zeit die Affenrolle. Monkey Roll. Okay, Achtung. Hier sind Hochsaugergeräte. Oh, oh, Dinge hier an einem saugen Nazi-Keller, oh Gott Okay, da ist eine Leiche da hinten Oh, nein Na, ich gehe direkt natürlich wieder in den Saugtempel Bin aber auch, manchmal bin ich auch kleiner Ach so, da ist noch ein Verbrennungsding Oh, ich habe nichts Na, ich hatte gewartet, bis du durch bist halt, ne Oh, no Wir genießen die Checkpoint-Kultur Oh, nein Nein, er kratzt, er kratzt Oh, ich musste nachladen Alter, wie die Frau aussieht mit der verkolten Fratze Superwitzig So So Boah Und jetzt, jetzt mache ich das Ding Nummer eins, easy Achtung, jetzt geht es weiter Alter, ich komme hier nicht durch, weil bei mir noch ein Haufen Gegner gespawnt sind Oh, ich bin durch Oh Ich bin bei Käpt'n Ratte Warte Käpt'n Ratte Kann ich warten? Hier sind Uh Was läuft hier? Haha, die sind irgendwo unter Wasser Teilweise merkwürdige Dinge geschehen Diese lautischen Mistgeburten Ich bin durchgelaufen Ach, come on Ach du, da ist noch eins Der hängt da so, der Dude Was? Echt jetzt? Haha Vollidiot Ich hab dir die Male da rausgetreten Okay, warte, das ist, das ist hart Das ist hart Da musst du direkt unten durch Machst du da Ah, okay Was? Na, na, da muss man hoch Jaja, da musst du irgendwie jetzt dann runter Warten Dann hier runter Hoch Wieder runter Ich brenne, ich brenne Ich bin tot Ich verqualme Oh Gott Oh Gott, oh Gott No, 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 no Guck mal, Jonas, Weetfox und so Geben sich im Chat voll hart, Alter Haha No Macht nix, alles gut Wir haben einen Checkpoint Das heißt, wir können uns richtig geben Boah Ich bin langsam aber auch Das Spiel ist ein Rausch, ne? Haha, ja, es ist ein Rausch Aber hier liegen super viele Päckchen rum Da passiert gleich was Gleich kommt irgendwas Irgendwas Bausiges Irgendwie der Zirkusaffe wird befreit Oder so ein Scheiß Ja, ja, oh Gott Das ist noch so ein So ein Dude Ja, der Zirkus Dude hier Ja, aber der ist nicht dick genug Der kommt mehr Ja Der ist nicht Zirkus genug, sag ich dir Aber meinst du, es kommen nur Zwei richtige Endbosse im Spiel? Da waren auch schon viele Bosse Ja, aber Das U-Boot Kugel, den Panzertyp, das U-Boot Ja, aber der Panzertyp und die Kugel waren ja so klein Das U-Boot war ja riesengroß Ja, das kann nicht immer gleich ein Nazi-U-Boot sein Ich habe halt auch nicht endlos Budget Aber guck mal, da ist doch schon irgendwie Augen in der Kiste Da macht doch schon jemand Auge auf Kiste Ja, stimmt Oh Mist, der hat mich da reingeschubst Ich wollte es noch nicht einsammeln Oh Gott sei Dank Alter, die Kugeln Handwerker Bei mir sind Nazis Sag doch, Zirkus Wanderhoden gibt das wieder alles Handwerker, Nazis, das ist ja alles Jeder gegen jeden Naja, eigentlich jeder gegen uns Ja Oh Ich bin kurz Kurzfristig mal eben gestorben Das ist halt schon schön, wenn man sieht, dass Menschen, die sich normalerweise... Ich bin auch tot Ich bin tot, Alter, du musst überleben Ich finde es schon schön, wenn man sieht, dass Menschen Aller ethnischen Gruppen und gesellschaftlichen Schichten zusammenarbeiten, um uns zu besiegen Ja, keiner wird ausgeschlossen Wir sind beide explodiert Aber jeder mitmachen Alle machen mit Zwei und zwei sind Viere und alle machen mit Er sagt es halt auch so wie so ein Schelm Ja, ja, wie ein Schelm halt Zwei und zwei sind Viere und alle machen mit Alter, wieso? Alter, so ein Typ mit seinem Honkballknuckel, ne? Mit seinem Honkballknuckel, ja? Klimmster Gegner Ich bin fast gekillt EU-West Alter, der kämpft mit der Ratte da unten Die Missgräume Maka nicht Maka gar nicht Maka sind Damen Ja? Nein Das mag der Junge doch gar nicht Maka sind ja dann zwölf Hallo sind wir aber schon ganz schön viel Spiel geboten Ja, doch Und ganz schön schwecklern Und ganz schön schweckl kriegt man da auf Auf halben Fuß Warum hat er so Irgendwie mag ich das nicht, was die da mit mir machen wollen Ne, ich mag das auch überhaupt nicht Alter, immer diese Steinewerfer Wie damals in der Schule Wie damals in der Schule Ja, da wo ich keine Milch trinken wollte Hat mich auch mit Steinen geworfen Ach so hat sich Unge gefühlt Unge Simulator Alter, warum sind die so viel robuster als die anderen Weiß nicht Hätte der Mann keine Cannolis Ich sag dir, dann wird es ganz anders aussehen Oh, jawohl, beide down Die fetten Noch ein Bazi-Zombie Boah Die Nazis Waffe-Gewerkstatt Und alle machen mit Die Nazis Waffe-Gewerkstatt Und alle machen mit Die Nazi-Gewerkstatt Freischaffende Nazis Alter Noch mehr Sind nur noch Raketen Oh mein Gott Ey, ich bin tot Ich bin tot Sei nicht tot Ich bin's aber Aber sei's nicht Oh, ich hatte so viel HP Ey Der Typ frisst sich einfach auf Ja, aber wie oft hast du Ich bin schon wieder tot Wir haben so viele Raketen Falsschaden bekommen Hier unten könnte ich ein bisschen Hilfe gebrauchen Was machst du, Alter? Moment, ich muss mir ein Nudeln Ich bin tot Alter Ich bin auch tot Unglaublich Hast du mir noch ein bisschen Nudeln abgezwackt? Ich hab keine Nudeln mehr Achtung Geil Ich spawne und direkt Rakete in den Nacken Oh, Kreis regelt erstmal wieder ein bisschen Direkt Rakete in den Nacken bekommen Was das? Endlich Endlich Damit endlich Frieden werde Endlich HP, Alter Achtung Oh, wir sind im Ey, den Typ mit der Taucherglocke Da hab ich aber noch nicht gesehen Der ist neu Noch zum Ende hin Neue Gegner einführen Clever, 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 Jungs Achtung Wir müssen den Ponytailer Die fucken sich schon selbst ab, Alter Guck mal, wie der Tanz Wie er shake War das irgendwie so in 70er Jahre Disco Move Der hat den Soul Train gesehen, Alter Hat die Fluppe Zu spät rausgezogen aus der Socke Der eine war mit seinem Kommandosäbel hier Als gäbe es keinen Morgen Der Husade Ja, aber wir sind alle gemeinsam gegen Zombies, oder was? Ne, Zombies sind auch irgendwie Oh, die gute alte Fahrstuhlszene Die Zombies gehören auch irgendwie dazu Oh, okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwas krasses Ich filmte heute bei Nintendo direkt Hallo, Mr. Fanny Ich habe dich alle erwartet, jetzt Ich habe mich nicht mehr Oh, okay Oh, okay Why don't you show your ugly mug So I can see your eyes Before I put a bullet between them Remember me now, Mr. Fanny Frank, so it was you? My God, some turds really are too big to flush Still a comedian, eh, Mr. Fanny I had a lot of years to plan my revenge After I survived your little murderous outburst In Thugtown back in 28 How in the hell did a freaking lunatic like you End up being the boss of this whole operation? Oh, after I heard the Nazis were looking for special weapons I offered them a little bit of my zombie poos And they were very eager to buy it from me I made a fortune selling that stuff What are you working with the Germans for anyway? What the hell is wrong with you? Ah, those Germans They'll think I'm helping them build their precious third ride Screw that I'm building my own army here And when I'm done, even the Fuhrer will have to answer to me I will rule the wild And those schnitzel munchers helped me do it You was a nut back then And you're an even bigger nut now Once the Allies march in here They'll mop up your little pigsty And you'll be swinging on a rope soon after that That's not gonna happen, Vinny And you know why? Because once this factory has harvested your precious blood I will be the only poison in the world Who has the cure for the zombie poison So better be ready, Mr. Vinny This is gonna hurt Alter, Game crashed Mein Game ist gecrasht Wie war's? Dein Game ist gecrasht Hier ist ein riesiges UFO Mein Game ist gecrasht Ich schwör Da kann ich ja jetzt eh kein Damage machen Game ist gecrasht Stand bei mir Ja, jetzt ist bei mir auch Kapitelauswahl Der dunkle Don Moment, 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 Moment Bin ich auf online gegangen? Online spielen Spiel Horsten, so rum Der dunkle Don Wir haben's gleich, Alter Gleich haben wir's Come on Hier Jawohl Ich bin offen Moment Ja Der Weihnachtsmann muss es retten Ja, der Weihnachtsmann muss es retten Können wir's überspringen Wird geladen So, jetzt Schon wieder Crash Game crashed Der Crash-Report voll Nee, geht nicht Wie was? Das Game crashed Sobald ich mich bewege Schmier das bei mir ab Horst du mal Mach du mal ein Spiel auf Ja, warte Ich muss jetzt erst hier wieder rausfliegen Nein, das wär so mies Wenn wir jetzt den letzten Endgegner nicht besiegen können Weil das Game dauernd abschmiert Das wär hart mies Karte Der dunkle Don, oder was? Der dunkle Donovich Die letzte Kannst du auswählen? Normal Ähm Nur auf Einladung Lobby erstellen Freund einladen Hast du bekommen? Ja Bin drin Was muss Diese Lobby Vor ein Spiel starten Ey, Tellernippel ist am Start Das musst du abbrechen Kann ich das abbrechen? So Er steht bei mir Wird geladen Bin schon drin Diesmal ist es noch nicht gecrashed Keine Ahnung Was es bei mir war Oh Gott Der Säge Alter Ja, sicher Ja, sicher Ja, säge Ja, säge ist das Alter, nee jetzt Oh ja, klar Was war's für ne miese Nummer hier Echt ne ganz miese Nummer Ach, guck mal Bitte, warum Was machst du? Warum liegst du da rum? Guck mal, der nimmt gar nichts Schaden, der Dude Ich wurde viermal getroffen, bin weg Ich bin auch weg Weil du ständig meinen HP nimmst Ey Warum treffen die dich nicht und mich dauern? Wer hat denn wieder für Hacks? Hä, ich weiche einfach gut aus Segenverschwörung Wo man ja dodged hier so Als wär's Als wär's Atmen Schön, ey Das ist meine neue HP Die ich gerade bekommen hab Direkt wieder abgezockt wird Die atmen Man sieht irgendwie die Schüsse kaum Achtung Oh 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 Was macht er jetzt? Wo will er denn jetzt hin? Oh oh Achtung Ziel Zielsucher-Ketten Hä? Irgendwas hat mich gepiext Komm, 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 komm Er saugt Alter, das haut richtig rein Das mag er gar nicht Oh no Boah, beide gesprengt, Alter Das war die Schere, Alter Das war die deutsche Schere Das war die Schere Ja, wenn du nicht meine HP die ganze Zeit An den Sägen verschwendet hättest Hat nicht mal ein Checkpoint Ist ein bisschen hart Also, das ist ein Gegner, der nix kann Na ja Die Säge kann ja mal gar nix Ich kann nur schießen Macht der schon den Springer? Wie kann der? Ich bin echt so blöd, um da Um da gescheit auszuweichen Ne, das bringt nix Oh Oh Okay, Fehleinschätzung Standardöse Fehleinschätzung Na, na Oh, jetzt hab ich aber auch wieder fehlgeschätzt Jetzt saugt er sich wieder meine HP hier, wie wilder Das gibt's gar nicht, ey Kann ich respawnen? Keine Lizenz, warte Jetzt Ihr könnt uns aber schon mal so eine kleine Snackbox runter Was? Am Fuße Warte, bis ich in der Mitte respawnen kann Jetzt Nein Oh Ey, der Junge kriegt's auch nicht hin Das ist brutal, Alter Ich mach am besten jetzt die ganze Zeit gar nix Dann Oder Ich bring mich als erstes um, damit ich von deiner HP leben kann Nein, nein, nein Wir schaffen das jetzt Wir schaffen das jetzt Schieß direkt mit den dicken Kalibern drauf So, was nehmen wir zur Spende? Ich kann's absolut nicht gucken, dass spendst du gerade Ich hab grad Den schlechten Rhythmus gehabt Oh, come on Ich verbrenne die Segen einfach Brennt dir Segen Komm schon Er ist schon wieder kaputt Räche meinen Tod, Winnie Räche meinen Tod Jetzt komm doch Moment Da fliegen noch Reste Oh, ich brauch Was zum Schießen Hat der mich noch getroffen, der Dude Hint Alter Alter Jetzt kommen wieder Raketen Jeder auf eine Seite Oh, da ist noch ne Rakete Oh Ich sag dir, jeder auf einer Seite Kann die Waffe nicht wechseln Alter Er treibt mich aber jetzt schon mittlerweile ganz schön an den Rand Ja No, 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 no Der schiebt mich auch immer so ein bisschen nach vorne Er will noch ne Runde In seiner Reichschüssel Aber es geht noch weiter, oder? Oh nein Oh nein, wir schieben noch diese Scheiß Achtung Lass uns erst eine Seite plätten Achtung Boah, der hat mich bis in seine Schüssel hochgezogen Mit seinen Zielsuche-Raketen Okay Ähm Ich hab nix mehr An Munition Wir krieg grad die ganze Munition flirten Hinter dir eine Rakete Ja, ja Easy peasy Lemon squeezy, mein Freund Denken, ich fülle mich um die Rakete Er muss da irgendwas munitionstechnisch drin sein hier bei Malten Chrysal Yes Komm schon, gib uns Muni Oder sei einfach besiegt Was geh ich mit dem Bass wohl knuppelt drauf Knuppel, Alter Er dropp noch mal Leben Das bedeutet, da kommt noch was Ja, ja, natürlich Er selbst wahrscheinlich jetzt gleich Und darf Mafia, Alter Ah Ich bin natürlich direkt in den Zwiebelschneider getreten Oh nein Den hab ich gar nicht erst gesehen, den Zwiebelschneider Der hab ich auch nicht, deswegen bin ich hier reingetreten Ach du Heiliger Könntest mal ein bisschen Munition noch hier Ja, der könnte mal was rausdrücken eigentlich, ne Was, Mr. Mini Mr. Mini Der Penner Ach nö Hä, wie willst du denn da ausweichen? Keine Ahnung Er kann's dir doch gar nicht ausweichen Oh, 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 Vorsicht Ey, wenn wir jetzt drauf gehen, ist alles wieder bei Null, oder? Ja, wahrscheinlich Ich hab nichts, Alter Oh, ich bin da Lass dich doch nicht hitten Achtung, da kommt ne Salve Oh Gott, oh Gott, nein Ganz leichter Pattern Jetzt kommt der Sprung Man merkt halt, dass du Teil 1 extrem gesuchtet hast, damals als Kind Nee Oh. Oh, oh, oh. Wow, wow. Oh, jetzt hat es mich auch erwischt. Ja, ey. Schon gibt uns ein Checkpoint. Sei nicht bei null. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Voll reingerollt, weil ich Waffen wechseln wollte. Super. Nein. Gib ihm Händ saf. das war auch zu tun was da doch aber nur doch nette da wieder drücken da doch genau wo er jetzt bei anderen auch was nicht so was er hat mich vor dem Kreiner gettet Ey, komm schon, ich bin schon so gut wie Ripped Auf was schießt der? Haben wir ihn? Oh, er macht noch eine Runde Was ist das für ein Bastard? Nein, er nimmt mich mit Er fährt mit seinem Schiffchen hier Ich wurde aus dem Level geschlagen Alter Oh Gott Ich kann, ich hab so trockene Augen, weil ich die ganze Zeit nicht blinzel Ich blinzel bei solchen Spielen immer nicht Ja, 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 ich bin schon, ich bin schon durch, Alter Ich fang dann immer an zu starren Moment, wir stehen gerade schon wieder total papiert Alter Mr. Winnie Na Was? Warum? Ich bin doch oben Die mich direkt mit dem Grinder mitnimmt No, 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 no Nein Ah was Du hast ja nicht gesprungen, Alter Der heute überstunden, Sergei Auf jeden Ja, 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 ja Aber er hat mich zerfleischt Da unten liegt Muniz Oh, man kann ihn treffen No Och, come on Ey, Segafredo, was ist hier los, Mann Das gibt's doch nicht, ey Die Teacatella des Todes No, you can't get it Ich hasse den Typen so Du siehst in diesem Explosionsrausch Manchmal auch einfach die Kugeln nicht Mit denen der auf dich schießt So wie jetzt, Alter Konnte ich nicht sehen Ich dachte, er kommt Mr. Winnie Oh, dreimal reingesprungen Eben gerade hast du gut gefressen, Alter Aber ich fress die ganze Zeit Das gibt's doch nicht, ey Komm schon Boah, nice, nice Richtig gut eingeschenkt Voll im Rausch, Alter Voll im Rausch, Boy Alter, wenn man so aufs Schießen konzentriert ist Man sieht die Kugeln nicht Nein, man sieht die Kugeln nicht Ja klar, er schießt mir auf den Fuß Na, ich hätte mich ducken müssen Ich auch Warum springe ich denn? Oh, ja Ja Haben wir ihn? Ich glaube schon Der letzte Don Geh mal hier rüber Vorsichtshalber Haha 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 Mimi, help me Die, you freaking bastard Haha Haha Well, well Haha, Mimi, don't hurt me It was just a joke, you know Haha Haha Yeah, freaking hysterical You know what else is funny? You, screaming like a little girl on the way down No, no You, what a mess Well, at least I can scratch Visiting Europe once From my bucket list I'm done with this crap Now, where's the exit out of this freaking mountain So I can find a plane and get the help Back home What the Well, what do you know? Hahaha Alter Alter Suckers Suckers heißt bestimmt nicht Saugnet Nee Haha Paul Paul Rootsi Paul Rootsi Paul Rootsi, alter Haha Haha Der Baptiste de Butte Hä? Hä? Mein Name ist Baptiste de Butte Thomas de Mulder Mulder und Scully Mulder Und Nigein Long Nigein Who Long Nigein Oh, where am I? Roswell? Roswell? I've never heard of it Well, it's better than prison Uh, Roswell Das Uko Also, Aliens raffen sich auch noch dazu Da sammeln sich immer mehr Das Spiel ist schon wieder gecrashed Ja, bei mir, ich bin jetzt wieder im Startmenü Hm, keine Ahnung Am Ende gab's noch ein paar Crash-A-Line Hui, drei Stunden, ja, mit Crashers Ja, drei Stunden mit Crashers Alter Also, geht jetzt mit Katrin Äh, ins Bett Geht jetzt ins Bett endlich Ja, jetzt können die Motto Endlich mal ins Bett gehen Jetzt können alle mal endlich ins Bett gehen Alle mal ins Bett Endlich mit Crash Ah, echt mal, Leute Geht mal alle mal ins Bett Haha Das ist hier die Bocha Bocha zum Tanz Lassen bei mir schon mal die harten Credits laufen Die heute Vinny Zlinski, zwei Euro Ich liebe dich, voll homo Full homo Haha Meine Credits sind heute voll Kleingedruckt Der Text und so Weil es so viele Leute waren Die heute so viele Dinge gemacht haben Einige haben angefasst Manche haben reingesteckt Andere haben geleckt Ganz vorsichtig und sanft Nur mit der Zungenspitze So wie Kies es am liebsten mag Hm Immer nur kitzeln Immer nur Kille-Kille Oh, ich muss jetzt auch los Mein Handy-Akku ist leer Und ich muss noch Wohin fahren Alter, ich muss Mein Akku ist leer Ich muss noch wohin fahren Ich fahre jetzt nach Meckes Ja, ich muss Nee, Meckes nicht Ich muss noch zur Bank fahren Ich würde aber so gerne mal wieder Bei Meckes essen Aber ich habe so lange nicht Ich bin auf einem guten Weg, Freunde Ich werde immer dünner Killer Smoke hat heute übrigens VIP Nie wieder Meckes So, Freunde Vielen Dank für alle Menschen Die donated haben Kies schon, muss jetzt ins Bett Für alle Moderatoren Für alle Menschen Die ganz viele Chat-Nachrichten In den Chat geschrieben haben Und ihren Abend damit verbracht haben Vollidioten Dabei zuzusehen Wie sie gegen Zombies Mafiosis Ich habe vorhin auf jeden Fall Einen Piraten gesehen Da bin ich mir sicher Dass da ein Pirat dazwischen war Nein, da war keiner Auf jeden Fall war da ein Pirat dazwischen Nein Jeden Feind, den ich in meinem Leben Jemals gehabt habe Habe ich heute bekämpft Demnächst halt Aliens In Teil 3 sind es dann Mafiosis Aliens Nazi Zombie Rattenvolk Es kommt immer einer dazu Es war ein Captain Es war ein Seefahrer Ein Seefahrer war schon da War kein Pirat Na gut Dann danke an die ganzen Spender Likes Abonnierer Moderatoren Zuschauer allgemein Fühlt euch alle Umarmt Geknuddelt Geknutscht Und Wir sehen uns dann Beim nächsten Knuddelknutschen Mit Spaghetti Und Waffen Auf Wiedersehen Schlaft gut Tschüss Buse Tulu